Hallo zum GameTube-Stream. Heute am Dienstag aber wahrscheinlich einer der Streams, auf den ihr da draußen wahrscheinlich zehn Jahre warten musstet. Unsere triumphale Rückkehr in DayZ, die Mutter aller Survival-Spiele, heute in voller Besetzung zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Mit Daniel, Martin, mit Fritz und mit euch. Ich hoffe, euch geht's gut heute Abend und ihr seid bereit für drei Stunden packende Zombie-Survival-Spannung und unendliche Dilettanten, die daran scheitern, dieses Spiel richtig zu spielen. Denn obwohl das Spiel seit zehn Jahren auf dem Buckel hat, haben wir das, glaube ich, in der Zwischenzeit nicht mehr angepackt. Wir haben aber durch unser tolles Community-Mitglied AimGods, der hat uns einen Haufen Hinweise und Tipps gegeben, um hier zu überleben. Der hat außerdem auch gerade eben schon 30 Freiabos hier in den Chat geschmissen. Also Chat, lobt mal den AimGods, denn ohne den wäre das heute Abend wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. So, ich schreibe mal auf das Spiel um. Wir haben auch zehn Jahre gebraucht, um halt, wie wir früher mal DayZ gesagt haben, das wäre es auch richtig DayZ sagen. Ist das denn überhaupt richtig? Das ist nicht DayZ, wie Dazzen. Doch, DayZ ist doch irgendwie, das klingt ja auch nett, aber keine Ahnung. Das ist ja wie Sie, wie Zombie, das heißt doch aber alles immer dann, das ist immer Sie. So, und jetzt passt auf, Leute, durch ein Wunder der Technik, also ich stehe jetzt hier mit meiner Pudelmütze am Strand. Fritz und Daniel sind, haben wir eben schon rausgefunden, woanders. Jetzt passt auf, ich kann jetzt durch ein Wunder der Technik, kann ich zu Fritz umschalten, zu Fritz umschalten. Das ist schwarz, Moment. Das muss ich gerade mal wieder erst, äh, na, tut es jetzt. Achso, dass das schwarz wird bei dir am Anfang, das ist, weil du, wenn du, ich glaube, wenn du die Quelle anmachst, dann muss er die erst reinladen. Das ist, glaube ich, am Anfang. Schätze, da, guck mal hier, da steht Fritz auch irgendwo am Strand, aber ganz woanders. Wir haben eben schon rausgefunden, wir müssen quasi uns entgegenlaufen. Martin und ich sind etwas weiter nördlich als Daniel und Fritz und wir werden uns dann quasi hoffentlich bald finden können. Vorausgesetzt, Daniel ist tatsächlich in meiner Nähe. Ich bin nicht da, wo du denkst, dass ich bin. Dann, ich habe mich geirrt, aber ich weiß, glaube ich, inzwischen, wo du bist und ich glaube, ich weiß auch ungefähr, wo ich bin. Das heißt, wenn du da jetzt mal bleibst, dann komme ich dich holen. Aus welcher Richtung kommst du denn? Ich glaube, ich komme, wenn dann aus, eher aus Westen. Es war ja mal ein großer Spaß, dass wir uns auch noch finden mussten in dem Spiel. Wir haben jetzt gerade alle erst mal gestartet und haben, aber durch Zufall sind Michi und ich relativ nah beieinander. Wo bist du denn, Michi? Du warst doch hier am Strand. Ich bin ja am Strand immer noch. Wo bist du denn? Ich bin zum Strand hier zur Straße. Ihr seid schon auf dem Selbstserver, oder? Ja, nicht so. Komm, bleib mal am Strand. Wir müssen ja eh am Strand entlanglaufen. Du hast doch diese Hütte am Strand mit dem Boot. Ja. Da bin ich jetzt, bei der Hütte. Ich habe übrigens, weil ich jetzt auf dich gewartet habe, hier im kalten, nassen Sand, bin ich erkältet. Jetzt echt schon? Bist du echt schon erkältet? Ja. Scheiße, ich bin hinter dir. Oh Gott. Da hast du dich ansteckt. Komm her, komm her, komm her. Komm her, drück mich mal. F-Puls. Der rückt mich. Also gerade gesagt, drück mich mal. Starker Puls. Drück mich. Hast du gesehen? Ja, du hast mich voll angerotzt. Jetzt seid ihr beide krank wahrscheinlich. Rainer Heidelberg fragt, wann wir endlich mal wieder DayZ spielen. Das ist ja die Herausforderung, dass wir uns jetzt mal wieder einfinden. Das hat sich ja ganz schön was getan. Und man kann jetzt craften und viel mehr Sachen machen, als es es vorher gab, anstatt nur Sachen finden. Und wir werden das alles nutzen. Ich muss schon ganz gerne wissen, wie ich wieder gesund werde. Was ist denn? Wir müssen dir halt irgendwo jetzt Medizin besorgen und am besten erstmal warme Klamotten. Aber ich hätte gesagt, wir versuchen jetzt, uns an der Küste entlang eher an so abgelegenen Häuschen zu orientieren. Ich mach mal hier das Spiel noch etwas lauter. Ich hab noch eine kurze Wanderhose, das ist das Problem. Aber meine Turnschuhe, da steht Markellos. So heißt die Marke. Markellos. Wenn bei euch irgendwas passiert, dann müssen die mir das sagen. Also gerade eben ist die Kamera jetzt auf mir drauf. Ja, wir können ja mal kurz rüberschalten zu meiner Cam. Denn tatsächlich, Daniel und ich sind offensichtlich doch nicht so nah beieinander, wie wir dachten. Denn wir hatten eigentlich einen Leuchtturm uns als Aussichtspunkt markiert. Ich stehe auch an diesem Leuchtturm. Gleich schaltet es um. Aber Daniel steht noch da. Oh, guck mal. Ich hab einen Hucksack gefunden, Michi. Nur ganz kurz. Da ist Fritz. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich glaube, ich weiß, wie ich zu dir komme. Ich muss es nur halt da lebendig hinschaffen. Kannst du denn, du hast gesagt, du kommst aus Westen. Jetzt muss ich erst mal kurz überlegen, ich bin mit Himmelsrichtungen nicht so richtig. Also, hätte ich damals die Flucht gemacht, hätte es sein können, dass ich in Richtung Moskau gelaufen wäre. Oder wolltest du zum Fahresil und läufst in den Todesstreifen. Ich bin in einem enorm großen Containerhafen gerade und laufe jetzt da unter den Brücken durch. Ich glaube, da kommst du auf mich zu. Brücken, sondern Kräne. Sind da zwei Kräne. Einer ist so ein bisschen eckiger und der andere ist so ein richtig großer Baukran. Das ist ein richtiger großer Containerhafen und das sind typische Containerhafen-Kräne. Wie in dem schönen Lied Kräne von Giesbezirk Nübock. Und ist auf der anderen Seite vom Hafen am Ufer, liegt da ein halb versunkenes Transportschiff? Ja. Ah, okay, dann kommst du tatsächlich. Dann muss ich ja wieder in die andere Richtung laufen. Ja, und? Aber dann sehen wir uns. Na gut, ich esse jetzt erstmal eine Pflaume. Damit hier was passiert, esse ich eine Pflaume. Ich esse auch eine Pflaume. Ich habe eben eine Birne gegessen und das Apfelsymbol wird jetzt aber mit den Pfeilen oben angezeigt. Irgendwas stimmt da nicht gar nicht. Ich weiß nur gerade noch nicht, wie ich die Pflaume esse. Du legst die Pflaume in deine Hand. Und dann? Du ziehst die mit Drackenbomb und dann hältst du die gedrückt. Die linke Maustaste, genau. Und das Geile ist, man isst die Pflaume ja auch gar nicht, sondern man hält sie so ein bisschen vor den Mund. Man macht dann so Geräusche. So nimmt man ab, meine Damen und Herren. Ich mache es immer falsch, stecke mir das Essen immer bis in den Mund rein. Und fange da mit dem Kauen an. Kann man denn schwimmen in diesem Spiel? So, jetzt schatten wir wieder zu uns um. Aber du solltest nicht schwimmen gehen, weil du bist doch bestimmt schlecht isoliert angezogen. Das ist doch... Ja, naja, ich habe halt ein T-Shirt an und eine Hose. Ja, genau. Mehr als ich ihn überall schlecht isoliert an habe. Und jetzt alle die, die mich sehen und sagen, ja wieso, ihr habt doch ein T-Shirt an. Aber keine Hose. Aber es ist echt noch am Horizont. Was ist da? Das ist eine Brücke, Martin. Was? Wo? Was da vorauskommt? Das ist eine Brücke? Das ist wie so ein... Das scheint eher... Michi, drück mal die mittlere Maustaste. Uh! Der Zoom. Wenn man viel läuft, kriegt man dann schneller Hunger. Habe ich noch nie probiert, keine Ahnung. Sehr gut. Eigentlich müsste es doch warm werden, wenn man joggt. Ja, aber durch warm werden kriegt es ein Liga-Hunger. Ich habe schon eine. Also Daniel, nur um dich zu zu haben, ich komme auf dich zu. Ich habe eine. Martin und ich haben jetzt gerade durch Zufall hier gleich eine Angelroute... Lass mal beide angeln. Dann gucken wir mal zuerst was. Aber wir haben keinen Köder, glaube ich. Unten links. Da haben wir einen Haken. Das können wir ja gegenseitig als Köder verwenden. Angelt euch doch selber gegenseitig. Gestern war doch Valentinstags. Würde doch passen. Das funktioniert das nicht. Also braucht man da einen Haken? Braucht ein Köder, ja. Braucht ein Köder, genau. Irgendeinen Haken gibt es immer. Aber das ist ja... Weil normalerweise so eine Angel, so eine provisorische zu bauen, ist ja eine scheiß Arbeit. Und er findet das einfach. Vielleicht finde ich ja auch einfach ein vollgestopftes Restaurant. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Inklusive Bedienung. Das habe ich aber auch schon in der Taschenlampe. Oh, nice. Aber schau mal rein, ob da Batterien drin sind. Die können wir als Köder nehmen. Michi, schau mal rein, ob die überhaupt geht, die Taschenlampe. Ähm, natürlich wird die... Wo habe ich sie denn jetzt hingepackt? Was für ein Huhn an den Haken hängen. Ja, habe ich die jetzt... Habe ich die gar nicht eingesammelt? Findet ihr eine Taschenlampe? Die macht mal die an und aus. Brücke sehen und sterben. Oh Mann. Die Community ist schon wieder so an Feier mit den Gags. Hä, wo ich denn jetzt die Taschenlampe hin? Bin ich doof. Oh Gott, ich verhungere. Hat jemand noch eine Pflaume? Ich habe nur so ein Knicklicht für so eine Technopartie. Ein Pflaumen für die Welt. Ich hatte doch gerade eben diese Taschenlampe. Wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Bin ich doof? Die Batterie geht bestimmt nicht, sonst würde ich doch sehen, dass hier... Oh, du kannst doch ruhig von dem Schiff wieder diesen Ausleger zurücklaufen, Fritz. Dann kommen wir uns entgegen. Oder gibt es in dem Schiff was Tolles zu entdecken? Ich dachte, ich schaue mal auf das Schiff und was da ist. Vielleicht ist da ja was drin. Wo bist denn du jetzt hin, Martin? Ich bin weiter am Strand entlang. Das ist so ein Schiff, das ist doch bestimmt Blut. Aber auch diese Landzunge raus oder weiter? Nee, musst du ja nicht ganz so abgekürzt. Dann kommt man hier in so einen Zaun. Okay, dann komme ich zu dir. Das ist total geil. Ich frage mich, warum ich ein Gewehr habe, weil ich vorher diesen Charakter quasi gestartet habe. Auf dem Server, da lag direkt ein Gewehr, aber ich habe keine Munition. Ich habe Munition gefunden, aber die passt nicht in das Gewehr rein. Das heißt, ich bin... Du hast ja schon hochgelevelt, den Charakter. Mein Charakter fängt jetzt nach dem Niesen jetzt mal schon an, regelmäßig zu husten. Ja, das sind ja ganz alle, wohin das führt. Nimm jetzt lieber die Maske auf, Michi. Du kannst bei diesem Schiff. Also, wenn die Schreiber, wie Daniel und ich uns treffen, dann schaltet jetzt auf die Kamera ein. Da sind wir. Michi, schalte mal bitte auf uns um. Es ist auf euch umgeschaltet. Martin, hier stehst du da und angelst, oder das ist ein Zombie? Modes? Ja. Das bist du. Jetzt bist du doch, oder? Ja. Hi. Uh. Ich kann da den Puls überprüfen. Starker Puls. Ich mag gleich mal facepalm. So, hier ist also das Schiff. Hier ist das Schiff, genau. Aber es ist leider kein toller Lootplatz. Da liegt gar nichts rum. Das Schiffsmodell, das haben sie noch aus dem ersten Medal of Honor, glaube ich. Das Lustige ist, ich wollte genau das Gleiche sagen, von wegen, so die Natur sieht echt nett aus, aber das Schiffsmodell ist so wie so ein Anfang-2000er-Spiel. Ja, ich frage mich nur, wie welches ist, aber ich glaube, es war ein Medal of Honor. Jetzt kann man, hier ist eine Tür zumindest, vielleicht kann man ja doch reingehen. Naja, ich habe schon geschaut. Na gut. Also ich habe Hunger und Durst. Also mein Dings blinkt schon, mein Hungersymbol. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Ortschaft rein und hoffen, dass wir was finden, oder? Weil so lange jetzt hier noch am Strand rumrennen, ist vielleicht keine ideale Idee. Bevorher machen wir aber kurz den Taschenlampentest. Bleib mal kurz stehen, Daniel. Wenn ich jetzt die Taschenlampen, geht die irgendwie an oder so, die Taschenlampen? Nee. Oh, scheiße, Entschuldigung. Oh, fuck, das wollte ich nicht. Ich habe ihn mit der Taschenlampen geschlagen. Autsch, hör auf. Bist du bescheuert? In diesem Spiel ist jede Verletzung tödlich. Dann hau mich halt nicht. In zwei Sekunden falle ich um. Wir werden da nie lebend ankommen, ey. Die Taschenlampen braucht man alleine, sagt, im Gorts im Chat. Ja, ja. Ich habe auch schon ein paar Container abgeklappet, aber da war essensmäßig weniger. Aber jetzt können wir, wir können ja mal in diese Hafenanlagen gehen. Ja, lass uns mal reingehen. Oh, lecker. Hier ist ein Helm. Ich brauche auch schnell was, es geht mir echt schlecht hin. Such halt Medikamente. Ich bin ja hier mal in die Stadt gegangen und suche was zu essen. Ich habe Taschka gefunden. Kann man so möglicherweise mit Tabletten auch essen? Ist das gesund? Die sind, ja, die sind, also die machen dich nicht satt, aber die sind so, grundsätzlich sind die gesund. Vielleicht hätte ich da auch was von geben. Das weiß ich nicht, ob man die nur einmal benutzen kann. Ja, schalt mal wieder zurück. Ich prüfe mal deinen Puls. Starker Puls. Ich habe in der Zwischenzeit Dosenspeck gegessen, den ich gefunden habe. Der hat mich aus irgendwelchen Gründen auch... Oh, das ist ein Zombie. Ich habe das gar nicht gecheckt. Das war Martin. Was hast du auch schon ein Zombie? Fuck! Ich laufe davon. Ich laufe davon. Ich laufe davon. Ich mache die Türe zu. Und dann lässt er mich hoffentlich in Ruhe. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, dann läufst du vorbei und so ein Zombie geht da hin. Dann guckt er jetzt halt durch. Aber es ist denn eigentlich... Was wolltest du gerade sagen, von wem hast du Brüssig hier gegessen? Bist du krank, oder was? Komm mal mit, wir müssen uns gegenseitig beschützen. In den Container habe ich schon reingeguckt. Und hier ist jetzt zum Beispiel schon mal so eine Hütte. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal durch alle Gebäude durch. Hast du in den Container reingeguckt? Da lag doch ein Regenmantel. Warum hast du den nicht genommen? Ja, den habe ich dir extra übrig gelassen. Vielleicht habe ich in den Container ausgerechnet nicht reingeguckt. Mann, was ist das für ein Mitbeginn? Der Ton wird schärfer. Die Stofffetzen können wir aber... Warte mal, ach so, scheiße, warte mal, wo bist du jetzt? Wir haben ja eine Anzeige. Ich bin in so eine Hütte reingegangen. So ein zweietagiges Ding, oder? Warte mal, Dani, wir müssen uns ein bisschen im Auge behalten. Hier ist ja keine Anzeige, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo du bist. Wie ziehe ich denn das an? Wo der Regenmantel drin war. Lass mich raten, du hast mein Zombie gefunden. Ich bin an dem Container, wo der Regenmantel... Ah, da, ich sehe dich. So, okay, alles klar. Hier vorne ist noch ein roter Container, da können wir auch mal reingucken. Dann gucken wir da mal rein. Da ist aber wahrscheinlich nichts drin. Martin, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Wollen wir mal in das Haus da reinschauen? Ich sehe euch. Ich habe ein Messer. Also ein Zombie müsste ich... Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das größere Gebäude hier drüben. Ah, zwei Zombies. Nee, lauf nicht zu mir, lauf nicht zu mir. Lauf nicht zu mir. Lauf in das Funkhaus rein und mach die Tür zu. Au, 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 au. Was machen wir denn derweil, Dani? Wir gehen in das Haus hier rein, oder? Wir gehen in das Gebäude hier, ja. Okay, aber lass mal erstmal checken, nicht, dass hier irgendwas drin ist. Wie das schon mit groß geht, ey. Ah, Knüller. Wie ziehe ich denn was an? Ich habe einen Kapuzenpulli gefunden. Auf dich draufziehen. Vielleicht ist der ja kaputt. Nee, das geht irgendwie nicht. Das ist manchmal, wenn da was drin ist in den Sachen, dann musst du die... Ach, schau mal. Dann musst du es teilweise auch leer machen. Dann kannst du es anziehen. Vom allerersten Call of Duty haben wir auch schon entdeckt. Ich glaube nochmal ganz, ich rede durch... Wie, wie, ich habe jetzt einen Kapuzenpulli. Wie ziehe ich den an? Zieh das Hemd, was du hast, auf dem Boden, also nach links. Dann werden da alle Sachen rausfallen, die da noch drin waren. Und dann ziehst du jetzt den Hoodie auf die Position. Ah, so, okay, das kann ich schauschen. Geht wahrscheinlich auch irgendwie eleganter, aber so habe ich es jetzt gemacht. Aber die Häuser sind auch teilweise noch ganz schön leer. Daniel, noch eine Etage höher. Und hier liegt ein Rohr. Nimm dir doch mal das Rohr. Dann können wir uns wehren. Ich habe nämlich eine Sichel. Was ist denn das? Rohr und Sichel ergibt irgendeine Flagge für einen Satellitenstart. Hier oben auf dem Dach ist auf jeden Fall nichts weiter. Wenn wir den Typen vom Krankenhausdach treffen, über den schon ganze Bücher geschrieben werden. Wahrscheinlich muss man auch ein bisschen umdenken und nicht so spielermäßig denken, wo was ist. Ich meine, warum sollte auf dem Dach irgendwas liegen? Das hat ja keinen Sinn, oder? Auf meinem Dach liegt schon was. Da ist ein Auto. Ich bin jetzt quasi in diesen Ort reingelaufen. Ach so, nach Süden oder was? Weiter nach Süden gelaufen und dann in eines der Häuser rein. Ich suche das jetzt hier gerade mal, ob es hier irgendwie ... Ich hatte auch gerne irgendwie einen Rucksack oder irgendeine Art von Tasche, weil ich kann nichts mehr einsacken. Ich habe hier so ein ... Ich habe was. Ich weiß nicht, ob man was tragen kann. Ich habe so einen Trockensack, heißt das. Ja, auch schon. Makellos, flexibler, wasserdichter Behälter. Selber Trockensack. Da liegt was. Anzug, Jacke, verfolgt. Auch ein Regenmantel. Wie weit bist du über die Schiene gegangen? Ich habe gerade noch Hahn gehört. Oder bist du auf der Seeseite noch? Warte mal. Nee, ich bin noch auf der Seeseite. Wie kann ich die Sachen denn anziehen? Leg das Ding mal auf den Boden. Ja. So, und dann machst du Tab. Drückst du Tab. Dann ziehst du es vom Boden auf die Stelle, die du anziehen willst. Wo du es anziehen willst. Was wäre das für eine Stelle in dem Fall? Ja, da wohl jetzt normalerweise dein Shirt ist. Ah, okay. Okay. Und jetzt musst du aber gucken auf dem Umgebungsding. Da sind ja wahrscheinlich deine Inventar-Items noch sind. Ach, die muss ich dann auch migrieren. Die musst du rüberziehen, genau. Und wie kann ich jetzt einen Trockensack öffnen und da Sachen reintun? Oh Mann. Naja, okay. Weiter geht's. Ich lege dir mal das hin. Kannst du das nutzen? Ich lege das mal hin. Jetzt habe ich auch Geld angesteckt drauf. Aber jetzt bist du nicht auch motiviert nach Medikamenten zu suchen. Ja, verdammt. Dani, hier ist eine Taschenlampe, falls du eineinigst. Wie kann ich das wohl benutzen? Hast du das schon durchsucht, das hier? Ja, eigentlich schon. Auch? Hier ist ein Trockensack. Aber was genau mache ich denn mit dem Trockensack? Was machen? Ich bin über den Zaun geklettert. Auf deinem Rucksack steht Martin drauf? Arin. Irgendein Zombie hat gerade geschrien. Eine Wassersportfirma. Hier läuft ein Zombie nach, Martin. Pass auf. Mach die Tür zu. Ah, raus hier. Komm nicht zu mir. Komm mal mit, Fritz. Nicht zu mir. Mann. Warte mal kurz, Daniel. Mach die Tür zu. Das ist eine Waffe. Er hat eine Waffe, aber keine Munition. Der Messer habe ich wenigstens. Das ist mal mehr als ich. Ich habe gar nicht. Jetzt bleibt man hier drin. Oh Gott. Ich stehe direkt vor dem Zaun. Oh Mann. Oh Mann. Puls der Person überprüfen. Starker Puls. Das ist so ein ziemlich großes Gebäude, was ein bisschen nach Baustelle aussieht. Sollen wir da mal reingehen bei dem Kran? Ich schalte mal zu euch. Dann müssen wir uns irgendwie anders in die Situation befreien. Aber gib mir doch ganz kurz eine Sekunde. Ich habe gerade eine Arbeiterjacke gefunden. Und heute fühle ich mich so in Arbeitslaune. Deshalb lege ich mal meinen Oberteil ab und ziehe die an. Die ist nämlich ein bisschen besser. Die ist moderat isoliert. Und ich würde sagen, moderat isoliert ist besser als schwach isoliert. Außerdem kann man da mehr reinstecken. Jetzt habe ich auch schon eine Erkältung. Ich habe gerade genießt. Martin, wie weit hast du denn dieses Zeug verteilt? Daniel, was hast du für eine Jacke? Eine Regenjacke. Selbst wenn ich eben Zeit. Dann würde ich die Regenjacke. Jetzt wollen wir immer noch da sitzen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir müssen beide trinken und essen. Ja, ich wollte noch schnell die Regenjacke schneiden, damit wir Stofffetzen haben. Das klappt überhaupt nicht. Ah, da ist ein Fenster. Warte mal. Sollen wir kämpfen? Ich hau mir jetzt auf. Jetzt habe ich mir Armbänder gebaut. Ich bin bereit. Mach dich hier auf. Also ich bin hier mit dem blauen Armband. Geht nicht. Bist du damit interagiert? Ich mache dich hier auf. Bist du bereit? Ja. Womit sind denn Armband? Wir müssen so seitlich stehen. Dass wir beide auf mich einschlagen können, wenn wir nicht die Tür reinkommen. Oh, scheiße. Oh, zombie. Oh, fuck. Er hat uns gesehen. Oder verstecken wir ihn mit der Krankheit an. Er stirbt. Wir rennen und sperren uns ein. Komm mit. Ja, okay. Wir laufen jetzt vorne raus. Oh, scheiße. Ist das überhaupt eine Tür? Ja, okay. Oh, scheiße. Er hat mich erwischt. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Nein. Nein. Er folgen Sie uns. Wirklich kompliziert laufen. Ich habe mich ins Klo gerettet. Die können doch keine Tür noch machen, oder? So, wir sind glaube ich jetzt erst mal weg. Dann schauen wir mal, was bei Fritz und Daniel los ist. Also bisher finde ich es gut. Ich habe mich ins Klo gerettet und der Zombie steht vor der Tür. Ich höre ihn auch. Ich werde mich jetzt mal nicht bewegen. Wir bräuchten halt echt mal was zu trinken. Ein Zombie hing am Spülkasten, heißt der Film. Ich bin am Wasserbecken, aber ich kann das nicht benutzen. Das Wasser ist aus. Was ist denn hier in der Welt los? Das behaupte ich auch immer, wenn ich keine Lust habe, auf Hände waschen. Ich habe übrigens, ich dachte mir, ich mache mir aus dieser einen Jacke, mache ich mir Stofffetzen, aber es sind Armbänder draus geworden. Keine Ahnung, was das soll. Warum da jetzt Armbänder draus wurden. Also wir sollen quasi weiter Land einwärts ziehen, was da nicht so kalt ist wie an der Küste. Ich habe eine arme Band, aber keine Armbänder. Aber es ist jetzt halt Nacht, ne? Es wird eh Nacht. Oh, und eine Capri-Hose habe ich jetzt auch. Und einen Fernseher. Ich hätte gerne Capri-Sonne, wenn es geht. Äh, Capri-Sun. Für unsere jungen Zuschauer. Ach, guck mal, aber ich kann die Armbänder. Oder der Capri-Sonne immer. Ich kann die Armbänder tatsächlich noch zu... Heiß ich verungere. ...zu Dings umbauen, zu Stofffetzen. Also das geht noch. Kann man denn hier essen? Kann ich so Vitaminpillen essen? Das bringt doch nichts auf Dauer. Das bringt ja nichts, glaube ich. Schreckt man sich nicht so leicht an. Weißt du, was scheiße ist? Also ich habe meine Angel jetzt da lassen müssen, weil ich keinen Platz hatte. Jetzt flackt die Angel da. Die wäre voll... Was hast du denn da so schweres mit oder großes, dass du die Angel nicht mehr mitnehmen konntest? Na, ich konnte die gar nicht. Also die ist zu groß, um sie halt irgendwo... Ist da was? Ich habe noch was gehört irgendwie. Ich mache jetzt die Tür auf und versuche hier rauszuschleichen aus dem Klo. In der Hoffnung, dass das Zombie weg ist. Von dem Auto? Oder hinten ist es... Auto, vielleicht ist es fahrbar. Das Zombie läuft immer noch total... Der Zombie läuft immer noch total aufgeregt hier in der Halle durch die Gegend. Wir sitzen hier nirgends was zu trinken und zu essen. Scheiße. Wer auch immer diesen Server gemacht hat, hätte man da nicht mehr so... Hallo, so ist das Spiel halt. Essen bereitlegen können. Ich meine, wir haben doch Hunger. Man legt doch für Gäste was raus. Das geht so nicht. Schnittchen. Schnittchen, ne? Wo sind die Schnittchen? Oh, ich verstecke mich gerade so ganz blöd hinter einer Tür. Das ist da vorne dieses Kies. Ich bin immer noch in dem Haus. Ich sehe auch einen grünen Helm, der da mitten im Raum liegt. Den würde ich so gerne haben. Aber naja, der Zombie soll sich halt mal umdrehen. Daniel, kannst du draußen nicht ein bisschen Krach machen irgendwie? Nee, ich versuche was zu essen zu organisieren. Also Martin, ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber ich glaube, der hat es hinter sich, der Wagen. Ach übrigens immer, das ist ein Zombie-Manier. Nee, ich glaube, das ist mein Magen, der knurrt. Ja, ja, das haben wir, glaube ich, alle gerade, dass die Magen-Mägen knurren. Meine Lebensanzeige blinkt übrigens schon, ne? Ich sterbe hier gerade schon und ich komme nicht an dem Zombie vorbei. Warte mal, ich mache jetzt mal ein Experiment. Gefort zu essen, dringend. Und Medikamente. Was ist denn? Ich bin eine Echterkette gefunden. Ich bin zufrieden. Ja, dann. Jetzt habe ich das Zombie eingesperrt in das Haus. Aber ich kann auch schon gar nicht mehr richtig laufen. Ich laufe schon nur noch so ganz langsam. Daniel, wo bist denn du? Ich bin jetzt aus der Lagerhalle wieder rausgekommen. Hier hat es gar nichts. Ich sterbe echt komisch. Es gibt hier Essen. Wir gucken jetzt mal hier in der Stadt. Das sieht doch ziemlich... Daniel, lebst du überhaupt noch? Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da, ja. Wo bist denn du? Ich bin in so einer Hütte. Du wirst nur sein Abgebogen, Martin. Du bist weit über die Straße hier. Ich gehe auch mal in eins von den Häusern hier über von der Halle. Auf den Schienen über die Brücke gegangen. Es wird halt langsam echt dunkel hier, ne? Wenn ihr jetzt die ganze Runde im Dunkeln spielen. Herzlichen Dank. Naja. Oh, ich habe einen Pullover gefunden. Warte mal, vielleicht ist der schwach isoliert. Ja, geil. Stirb im Oktober, braucht er im Winterkorn Pullover. Riffenreparatur. Ich bin schon so kaputt. Ich bin so kaputt, Leute. Hallo, ich glaube, hier gibt es nichts zu essen. Eine Halle gegangen, aber ich glaube, das ist sinnlos. Auf dem Feld. Ja, hier geht es nicht weiter. Nee. Bist du jetzt hier in dieses Kieswerk oder was? Das ist rein. Aber das ist Schrott. Da ist nichts drin. Wir müssen in den Wohnhäusern, wir brauchen Medikament von Essen. Daniel, du bist an den Gleisen, wo der Zug steht? Ja, ich sehe dich. Oder ist das der Zombie? Also, AimGod schreibt, es dauert noch, bis es dunkel ist. Hast du eine Schiebermütze auf? Ja, ich habe eine Schiebermütze. Aber ich sehe dich auch, Daniel, sehr gut. Bist du das? Okay. Okay, wir müssen das in dieses Diktum rüber und das zu essen finden. Komm mal mit. Die Hüfte habe ich schon abgegrast. Ich bin schon wieder so von Martin erschrocken, dass ich einfach hier so rauskam. Ich muss meine Hose wechseln, weil zumindest ist das Ding schwach isoliert. Ja, genau. Wir müssen zu, wir müssen zu. Warum häusern nicht? Ich muss meine Hose wechseln, weil die ist schwach. Ach, der Zombie draußen. Mir ist da auf der Flucht vor dem Zombie. Was passiert? Ich kann die Hose nicht wechseln. Ah, noch ein Zombie. Kann man da hochklettern? Ja. Hier die Leiter hoch. Das können die nicht. Ich bin jetzt vorne bei diesem Bahnübergang. Komm mal da mit. Noch ein Zombie. Ah. Ich kann nicht so schnell schalten. Das ist das Maximum, was ich rennen kann. Du hast empfinde da, Alter. Tut mir leid. Oh, schade, ich stoffe mich her. Ich habe jetzt echt den Rentner-Simulator, ne? Ich laufe auch wie so ein Rentner. Ja, ja, ja. Ich sehe sogar so aus. Ah, ich bin gestorben. Das war's. Echt? Nein. Ja. Es gab nichts zu futtern. Es gab nichts zu futtern. Neuen Charakter und nochmal probieren. Warum geht die Leiter hoch? Der Tipp war scheiße mit der Leiter. Wieso? Konnte der Zombie doch nicht hoch. Ich weiß nicht, stand für die Leiter nichts passiert. Jetzt haben wir uns gleich alle da. Da ist noch ein Zombie. My Shadow Wolf schreibt ganz, äh, ganz korrekt, Fritz ist immerhin schick gekleidet beim Sterben. He is dressed to die for. Ich habe den, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Ich hatte eine ganz tolle Mütze. Oh, ich habe es sich durch abgehängt. Martin, wohin bist du denn gelaufen? In welche Richtung? Hinter ihm. Ah, kürst du? Oh, das war knapp. Ich bin jetzt hinter diesem Kieswerk. So, ich will es kommen. In welche Richtung? Diese kleine Hütte mit fünf Zombies davor. Also du hast auch diese Lagerhalle, vor der wir gerade standen. So, was heißt das jetzt? So, was heißt das jetzt? Habe ich jetzt, bin ich verletzt? Ja, das heißt, ich nehme einen Verband. Wo seid ihr eigentlich in welcher Gegend? Nordosten. Ich bin schon nicht im Containerhafen Nordosten, okay. Was dumm ist, es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, auch mehrere... Nein, mich hat schon ein Zombie gesehen, oder? Noch ein Cut. Es gibt, glaube ich, auch mehrere Containerhafen. Yes! Ich habe mich verabschiedet. Da kommt in der Regel was zum Essen. Würde man denken. Das ist ein Seil. Es gibt übrigens, das ist ganz kurios, manche Häuser sind total super leer. Martin, ich glaube jetzt weiter an der Straße, die weiter Süden führt entlang. Und du? Der Hütte und fünf Zombies sind nur noch drei da. Der Rest hat das Interesse verloren. Stimm uns ein Lied an, Daniel. Also, Leute, nur zur Info. Falls ihr ein leckeres Brot findet irgendwo, wäre es... Kann ich euch nur raten, mich zu finden, denn ich habe die passende Marmelade gefunden für das Brot. Und zwar Erdbeermarmelade. Sucht mich mal. Ich habe ein gutes Angebot. Mit dem Clip mit dem Nutella und Käse. Dass uns ein lieber Zuschauer auf Twitter einen Clip geschickt hat, dass du in Lego City an der Cover an exakt der gleichen Stelle vor neun Jahren die gleiche Geschichte über Brot mit Käse und Nutella erzählt hast. Und das Geile ist, ich reagiere auch neun Jahre später exakt gleich, als hätte ich das noch nie gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, die gute alte Nutella und Käse-Geschichte. Sag mal, es hieß doch, dass man im Gleisbett... Oh, scheiße, das ist alles von der Zombies. Dass man im Gleisbett so kleine Steine finden könne. Aber müssen die da tatsächlich nochmal als Objekt liegen, damit man sie aufnehmen kann? Ja, ich glaube, die liegen dann tatsächlich so als sichtbares Objekt. Es gibt nur welche, die sehen so aus, als könnte man sie nehmen. Aber sie sind das nicht. Scheiße, ich bin in einem Ort, wo lauter Zombies sind. Martin, ich bin jetzt hier immer noch auf dieser Straße. Und hier ist der Bahnübergang. Wo bist du denn jetzt? Ich habe es geschafft, mich aus der Hütte rauszuschleichen, als sie nicht geschaut haben. Ich schleiche jetzt nur noch weg, weil die noch da hinten rumstehen. Ja, aber bei mir blinkt alles. Ich habe Durst, ich habe Hunger und mir geht es nicht gut. Ich habe nur Durst, ehrlich gesagt. Und hier ist ein Ortsschild. Du bist aber die Schienen weiter nach Süd gegangen, oder was? Genau. Die Füße Kassen im Wald. Bis nach dem Kieswerk kommt quasi eine Bahnschranke. So, ich bin ein Kilometer von... Hast du schon was zu trinken gefunden? Kon-He-Bim. So, wie schreibt man das? Wie schreibt man das da ein? Ey, die Spielwelt ist aber echt hübsch. Also, das muss man wirklich sagen. So, dieses Naturding, das haben die voll drauf. Das ist wohl Solnitschi. Ein Kilometer vor Solnitschi. Ich fahre einfach gleich tot um. Das ist nicht mehr viel zu hoch. Ich gehe noch mal zur Schiene, Martin. Damit ich nämlich dein Zeug looten kann. Ich wollte gerade sagen. Ich bleib mal auf den Schienen. Die verengen sich hier gerade wieder aus so einer dreispurigen... Warte mal, ich glaube, ich sehe dich. Ja, du kommst da angelaufen, ne? Ja. Das bin ich hier. Also, Daniel und ich werden natürlich jetzt eine ganze Weile brauchen, bis wir uns wiederfinden, weil ich bin wirklich irgendwo in der Pampa und sehe auch keine Straßenschilder. Dann können wir hier zu dem Wohnhaus gehen, Martin. Ja, du machst eine Wasserpumpe, wäre halt auch mal gut. Ja. Ich wollte auch was zu trinken. Hunger, ich bin mit allem anderen ganz gut dabei, außer Busch zerschneiden. Was hast du denn da? Ich bin so nervös. Da kriegst du auch irgendwie... Oh, ich habe ein doppelläufiges Gewehr gefunden. Ist doch eine kleine Hütte, wir mal am nächsten kurz reingucken. Das ist ein Bahngebäude, aber wer weiß. Baumfeld. Brennholz. Oh, ich habe ja einen Apfel dabei. Ich habe den erst mal gesehen. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, das lasse ich, glaube ich, jetzt hier mal eher liegen. Ist doch alles... Lass mal hier so... War da was drin? Lass mal die zu dem Wohnhaus gehen. Da ist nichts drin, da ist eine Capri-Hose drin. Dann war ich da schon drin. In der Capri-Hose. In der Capri-Hose. Da geht es schon wieder auf. Wie ist denn der Fallschaden? Ach, ich bin ja eh gleich tot. Oh nein, ich verdurste gleich. Das klingt schon. Okay. Fallschaden ist enorm. Echt bist du auch tot, Daniel? Ja. Ach, schön. Man muss wohl mehr ins Land und weg von der Küste. Da gibt es besseren Loot. Ja, aber es wäre halt cool, wenn wir uns erst mal finden würden. Ja. Ich habe jetzt aber tatsächlich ein bisschen bessere Startbedingungen. Ich habe nämlich schon etwas wärmere Sachen. Ich habe zumindest auf meiner Anzeige, bin ich jetzt schon auf, bei der Temperatur schon auf weiß. Also es ist quasi jetzt nicht mehr... Solche Wanderschuhe. Das heißt, ich werde mit warmen Füßen verdursten. Dann kann ich ja jemanden immerhin looten. Guck mal an die anderen. Oh, ich habe einen rosa Teddybär gefunden. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ja ganz woanders. Ah nee, okay. Verdammt, nochmal. Biss ja nichts. Wo bist denn du, Fritz? Das weiß ich ja eben leider noch nicht, weil ich bin in einer kleinen Ortschaft, an der ich aber noch kein Straßenschild gesehen habe. Ich bin allerdings auch gerade ein bisschen dabei, diese Ortschaft zu durchsuchen, weil ich jetzt echt mal ein bisschen was brauche. Ich habe auch schon ein paar Sachen gefunden. Wie gesagt, ich habe das doppelläufige Gewehr, ich habe eine Axt, ich habe eine Sichel, ich habe einen schweren Hammer raus. Ich habe nichts zu essen. Lass mal Land einwärts gehen. Ja, okay. Oben sind nur noch ein paar Häuser. Vielleicht sagen wir es nicht. Also ich, alles jetzt. Der Apfel blinkt, die Flasche blinkt, das Kreuz blinkt. Der Apfel blinkt. Chef, der Apfel blinkt. Ich glaube, hier ist bald Schluss. Das sind Zombies. Links. Geil, mein Gewehr ist leer. Ist da noch einer? Scheiße. Der Ort ist voller Zombies. Okay, das ist übrigens jetzt mein Rennen. Lieber Chat, kurze Frage an die Kenner. Was ist besser, falls ich tatsächlich mal gegen einen Zombie kämpfen muss? Ist es besser, mit einem schwerem Vorschlaghammer? Mit einem Beil oder mit einer Sichel gegen sich vorzugehen? Die Sichel hört sich nicht so überzeugend an. Wer hat einen tollen Tipp? Sichel ist zum, achso, nee, Sichel ist zum Kontrollen. Sollen die Optionen? Ich habe einen Vorschlaghammer, ich habe eine Sichel und ich habe einen Beil. Und ich habe einen Teddybär, in dem man gut Gegenstände verbergen kann. Beil ist schneller. Da habe ich vorhin übrigens aus Versehen, die Taschenlampe rein und habe es viel zu lange nicht gecheckt. Wie ein Teddybär. Ja. So an. Ja, da kann man Sachen treffen. Ah, nein. Deine Optionen haben wir da nur eine Chance, weil du musst was Besseres finden. Ne, weil du musst was Besseres finden. Wirst du das? Wieso bringst du ihn immer mit rein, Mann? Lass mal verhauen jetzt. Hilf mir, hilf mir doch. Ich versuch's, ich krieg die scheiß Messer nicht. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Beil ist gut, Hammer geht auch. Also lieber, also wirklich, also Vorschlaghammer nicht nehmen, ja? Seid ihr sicher? Ich frag nur für einen baldigen Toten. Und was mach ich jetzt? Du bist tot. Für einen bald toten Freund. Achso. Kannst du mal zu mir rüberschalten, vielleicht wird es ja bei mir jetzt bald spannend. Das ist ja noch auf dem Shit. Ach ja. Großen Gaskontainer habe ich gefunden. Ich habe auch schon eine Wasserflasche gefunden, wo Wasser drin ist, aber man soll das ja nicht trinken. Oh, scheiße. Man bräuchte einen Kompass. Man weiß, wo man es gespawnt ist. In die Richtung man guckt und so. Aber dann wäre ja der halbe Spaß weg. Einen Rucksack. Der Marienrucksack war gut. Ja, habe ich. Oh, da ist ein Haufen Zeug auch drin. Gut, die Schuhe brauchen wir nicht. Also tolle Sachen, die Schuhe waren auch gut. Oh, ich habe eine Jeansjacke gefunden. Die ist aber nur moderat isoliert, aber ich meine jetzt einfach aus modischen Gründen. Noch eine ausgeraschene Schneeenshose und einen Fokuhila. Ja, und schon welche in den 80ern. Schon der Prager Botschaft ausruhen. Was macht man denn zum Beispiel mit einer Lichterkette in dem Spiel? Beinahe, die Stimmung verpreisen. Strangulieren? Leute, ich brauche irgendwie Wasser. Mit der Medizin ist das eher mal sekundär. Damit kann man sich behängen mit der Lichterkette. B oder R? Es müsste doch eigentlich in jedem Ort eine Wasserpumpe geben aus gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Ja, eigentlich ja. Ja, aber die hat gehört jetzt Nestlé. Und da kriegst du ja nicht ganz was. Achso, ja stimmt. Oh Gott, das ist geil. Direkt vor dem Fenster steht ein Zombie bei mir. Ich werde verrückt. Direkt vor unserem Fenster steht ein Schiller. Ey Leute, ich habe eine Bar gefunden. Also jetzt wird es langsam albern. Ich habe eine Bar gefunden und mich eingetränkt da. Nicht mal einen Schluck Alkohol. Gemein. Was wird das für ein Leben? Wie sehrge Motorrad. Da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Echt? Boah, da kommt einer und schreit. Da kommen die Autos. Schauen wir mal, ob da noch Nudeln drin sind. Da war das gerade ein abfälliges Lästern über den Witz. Achso, ich habe zehn Jahre alten Witz. Ich bitte dich. Wo ist denn, ich sehe die Sonne nicht? Ist die da? Ich sehe die. Was? Ich sehe die Sonne nicht. Ich versuche mich anhand der Sonne die Himmelsrichtung. Willkommen in meinem Leben. Aber die Sonne wandert doch. Wir wissen ja, dass es abends ist. Dann weiß ich ja, wo die Sonne steht. Dann kann ich ja ungefähr abschätzen, wo Norden ist. Das meine ich dann. Ey, ich bin hier voll in Zombie-Hausen. Hier ist alles voll mit Zombies. Scheiße. Ich glaube, ich bin in der Südküste gespawnt. Ich bin da so zwei langes Innere zu kommen, weil irgendwie... Ich brauche... Wie ist denn das, Chad? Sterbe ich erst, wenn mein Leben ganz unten ist? Oder sterbe ich auch, wenn quasi meine Durstanzeige so sehr blinkt? Ich glaube, dein Leben geht runter, ne? Also das wird dann irgendwann... Ja, das ist momentan aber nur ein... Also ein Pfeil nach unten ist. Und dann hat sich das dann erledigt. Ich bin eigentlich diesen Survival-Trend begründet. Erst wenn das Leben unten ist, schreibt M.Gords. Okay. Ja, ja. Schon. Also das war der Vorreiter eigentlich. Das ist ja bemerkenswert, dass es immer noch nicht fertig ist. Wenn in der Zwischenzeit zig andere Survival-Spiele schon drei Fortsetzungen bekommen haben. Also Version 1.0 haben sie ja schon durch. Sie sind ja bei 1.16. Also man könnte sagen, also den Teil haben sie. Fertig. Weiter gepflegt. Wieso hat der Scheiß-Ort, in dem ich bin, kein Ortsschild? Wo sind wir denn hier? Wer ist denn hier behördlich verantwortlich? Ich schalte jetzt mal kurz auf Fritz wieder um, dass ihr mal seht, was bei dem läuft. Die Antwort lautet nix. Was geht? Was geht? Also ich habe jetzt hier gerade diesen Ort, der irgendwie abgekackt ist. Warte mal, ich mache den Würmer aus. Ich schalte mal nochmal an. Eben sehe ich da nur einen Flanzen. Du weißt noch gar nicht, wo du bist, Fritz. Nee, ich habe einen Ort jetzt quasi leer geäumt. Währenddessen habe ich Würmer aus. Und jetzt starte ich ihn aber wieder. Niki, weißt du, wo du bist? In welchem Ort? Ich bin jetzt ins Landesinnere gelaufen. Bei Solnichi. Bei Solnichi. Aber noch habe ich keinen Ort gefunden. Und ich hoffe halt, dass ich jetzt hier irgendwo in der Natur eine Quelle oder irgendein Gewässer finde. Bei Solnichi? Ach da. Ja, ich bin unten bei Kamishovo. So, jetzt schauen wir mal, ob Fritz und es links wieder geht. Nö, geht immer noch nicht. Der zeigt mir leider immer noch auch sehr wenig Brandings. Ich tippe immer, das ist das blöde Urbius Ninja, was ich jetzt dazwischen geschaltet habe. Nein, ich blute. Ich laufe, aber ich kann es ja mal beschreiben. Ich laufe, glaube ich, auf einen Korn... Oh, aber der eine hat eine Leberpastete dabei. ...auf einen Kornspeicher zu. Aber kannst du die Dose aufmachen? Hast du was zum Aufmachen, Daniel? Mit dem Messer geht das. Hast du ein Messer da nicht? An meiner Leiche war eine Sichel, falls du die noch findest. Siehst du, du hättest mich nicht jetzt mal. Hier ist irgendeine Art von Struktur. Wie kann ich mir nochmal ein Messer bauen? Aus zwei Steinen kannst du dir zum Beispiel ein Messer bauen? Ein Korn im Feldbett. Ein Korn im Feldbett. Hier ist so eine Industrie. Hier gibt es vielleicht was zu trinken. Brauchst die Sonne nicht mehr. Was ja auch passt, weil die Sonne geht ja gerade unter. Kann ich geil. Aber wie schön auch, dass es so mit der Lichtstimmung ist, wenn die Sonne untergeht. Also jetzt dieser lila in den Himmel. Das war mal die Flashpoint-Engine, oder? Bitte was? Das war mal die Flashpoint, eine Flashpoint-Mod. Nee, eine Armor. Ach, eine Armor-Mod. Armor 2. Armor, Armor, Armor. Genau, aber Armor war von den Flashpoint-Machern. Genau. Und das ist hier die Envision-Engine. Das sind auch immer noch, also die Armor, das ist auch immer noch, das ist dieselbe Firma, also dieselbe Mutterfirma quasi, Bohemia. Die sind ja ganz schön gewachsen in den letzten Jahren. Leute. Hunger, Durst, Pipi, langweilig. Ich, äh, warte, ich mach mal ganz kurz aus dem Ninja raus, dass sich der Streamer wieder beruhigt. Bin gleich wieder da. Sprachs und Warten. Also ihr seid irgendwo im Osten unterwegs in der Ortschaft, da ganz im Nordosten, oder? Also ich bin jetzt weiter ins Landesinnere gegangen, in der Hoffnung dort Wasser zu finden. Und ich bin jetzt in irgendeiner Art Sägewerk oder was das ist. Äh, oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Spieler? Nee, da ist ein Zombie. Shotgun gefunden. Shotgun gefunden. Oh, es ist auch klar, was da hier ist. Mit dem Mus. Oh, können die über Zäune klettern, über Mauern klettern. Oh Mann, der hat mich erwischt. Scheißdreck. Wenn jemand Leberwurst will, dann kommt einfach zu mir. Ich hätte die Marmelade dazu. Marmeladenleberwurst. Da geht doch was. Ich glaube, das war der Fehler, der mich jetzt das Leben kostet. Marmeladenleberwurst, das könnte schon sein. Das war der größte Fehler, der mich das Leben kostet. Was hast du denn gemacht? Na ja, mich vor allem im Zombie anritzen lassen. Das muss ich immer so weit laufen, damit ich den abhänge, dass ich so viel Blut verliere. Aber die Dose hat ja eigentlich so was zum Abziehen. Hat sie das? Ja, das ist ja so eine Pasteten. Da brauche ich eigentlich keine Werkzeug dafür. Aber er macht sie trotzdem nicht auf. Ja, so ein Scheiß. Ich muss jetzt doch die Pflaume essen erst mal. Du hast deine Pflaume noch? Ich habe jetzt wieder eine. Ich bin doch gestorben. Wieso lebst du? Achso, stimmt, du lebst ja jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du die ganze Zeit noch leben? Ja, ich hatte doch eine Pflaume. Stirb, stirb. Du musst die Pastete in die Hand nehmen, habe ich doch. Hände. Nimm die Pastete in die Hand. Jetzt habe ich die Pastete in der Hand. Jetzt drücke ich hier für öffnen. Achso, jetzt. Das ist eine leckere Hand. Und jetzt kann ich die Pastete essen. Wo sind jetzt diese blöden Streifen hin? Ich habe in einem anderen Ort dasselbe Haus gefunden, was ich vorhin schon gefunden habe. Wo ist denn hier los? Copy, paste, ey. Sind wir hier bei Ubisoft oder was? Kann ich wirklich wahr sein? Ich bin schwer enttäuscht. Kann ich Schafe totschlagen? Ja, wenn du rankommst und dann kannst du dir Fleisch kochen und dann hast du Futter. Der Weg zum Feuermachen ist allerdings wahrscheinlich so kompliziert, dass du auf dem Weg dahin stirbst. Oh Gott, ist das fies. Kraft gehauen. Jetzt sterbe ich. Die Apokalypse ist auch kein Zuckerschlecken. Schafe. Schafschlecken. Ich bin übrigens... Oh, warte mal. Jetzt habe ich einen Bahnhof gefunden mit einem Ortsschild. Con-hey-hör-bünn. Aber ist natürlich ein anderes Alphabet. Puh, ich bin langsam richtig gut ausgerüstet hier. Oh, voll die guten Sachen. Stichschutzfesten. Fuck, jetzt gib mir endlich mal was. Survival ist so eine Scheiße. Aber schau, in ein paar Jahren, dann hast du nicht nur was zu essen, sondern wenn du was zu essen hast, dann gehört es auch wirklich dir. Da kannst du 10.000 Stunden grinden für einen echten digitalen Apfel, der gehört aber dann nur dir. Warum, warum, warum? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich mir eine andere Jacke anziehe, dass meine Wunden damit nicht geheilt werden. Ich sterbe jetzt gleich wieder, Freunde. Nein, hau ab, scheiß Zombie. Ich habe jetzt einen Ortsnamen gefunden. Der Frank aus der 6D, dem seine Wunden waren schon geheilt, als er dann irgendwann seine Chevy-Nure-Jacke rausgeprügelt hat aus dem armen Dietmar aus der 4C. Oh, ich kann Mütze zerlegen und Verbände machen, das funktioniert. Leute, in welchem Ort seid ihr? Wie heißt euer Ort? Kamishowu. Wo ungefähr auf der Karriere ist? Der ist ganz, der ist am Südosten, unten an diesem Dingke, genau. Das geht nicht, Leute. Nicht die Mütze. Klamotten zerschneiden. Ja, aber was denn? Die Mütze kann man nicht zerschneiden. Oh, Martin, ich komme da hin. Okay. Ich brauche eine Weile, aber ich schaffe es irgendwie. Wo bist du denn? Kommst du vom Norden oder vom Westen? Oh Gott, das sind zwei Leute. Das ist ein Auto. Da ist einer mit dem Auto. Wie heißt dein Ort? Kamishowu. Kamishowu. Da bist du. Da ist Michi auch. Hier ist gerade einer mit dem Auto vorgefahren. Fahr mit. Ich sterbe. Finger raus und mitfahren. Aber warte mal. Ich verfilmete mich. Dann komme ich da auch hin. Ich bin quasi um die Ecke rum. Dann komme ich da hin. Warte mal, ich bin da gerade aus dem Ort raus. Also ich kann ja zurückgehen. Danke schön. Ich brauche eine Weile, bis ich da bin. Zombies, da sind Zombies. Hat dich jemand gerettet? Ich wurde gerade verbunden. Das habe ich dummerweise trotzdem. Hättest du was zu trinken auch noch gehabt? Ja, ja. Hier kommt auch einer. Mit einem Beil. Einer mit einem Beil. Ja, geil. Das war es dann wahrscheinlich. Der kämpft jetzt gegen zwei Zombies. Hat der Nudeln im Auto? Weiß ich nicht. Aber er hat einen Rucksack und eine Gasmaske auf. Ich steige sofort. Der hat mir jetzt was zu trinken gebracht. Nein, ich habe einen Zombie. Nein, nein, nein. Hau ab. Wie, wie? Warte mal. Nein, warum habe ich das nicht in der Hand? Wenn das mal nicht... Hat das jemand entdeckt auf dem Server? Ach, komm schon. Ach ja, klar. Es kommt ein zweiter Zombie, natürlich. Bin ich jetzt tot umgefallen, während ich das Wasser trinke? Scheiße, 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 scheiße. Ich bin ohnmächtig, ich bin ohnmächtig. Oh, oh, oh. Ich habe eine getrocknete Tomate gefunden, die esse ich. Bei einem Zombie. Okay. Ach so, und Blut habe ich auch keins mehr. Wo kriege ich jetzt Blut her? Das stellt sich von selbst wieder her. Ich bin jetzt in Elektro-Zawotzk, ganz am Westende von dem Ort. Ja, da sind wir alle ganz schön weit auseinander. Ich habe Zombies im Schlepptau. Am Westende noch? Ja, ich bin in Kamichobo. Kamichobo bist du, oder? Ja, lass uns. Wir können uns doch da mal treffen. Also, ich versuche jetzt nach Kamichobo zu kommen. Ach, scheiße. Bis ich da bin, bin ich wahrscheinlich tot. Ich habe zwei Zombies im Schlepptau und ich kann mich nicht wirklich wehren. Doch, du musst verprügeln. Das habe ich geschafft. Also, ein ist wieder ohnmächtig geworden. Scheiße. Ich esse jetzt die Erdbeermarmelade. Ja, ich bin gerade wieder ohnmächtig geworden. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe. Ich dachte, ich hätte mein Wasser ausgetrunken. Dabei habe ich ein Sip genommen, bin ohnmächtig geworden und habe die Flasche fallen lassen. Jetzt komm schon. Oh, oh, oh. Zombie. Jetzt, 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 jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe jetzt, lieber Chad, ich habe jetzt ein, äh, ein Magen-Symbol, wo so ein, wo so ein Recycle-Symbol drauf ist. Was könnte denn, äh, was könnte denn das sein? Wo könnte das hinweisen? Ich habe theoretisch auch Wasser, aber ich will es nicht benutzen, weil es hieß, es sei, äh, da werde ich krank worden. Ja, aus den Flaschen, das ist meistens abgestanden. Das musst du eher als Behälter nutzen, um halt hier Wasser abzufüllen. Oder du brauchst solche Reinigungstabletten. Ja, habe ich natürlich alles nicht. Also, ich glaube jetzt, Martin, bist du jetzt... Ich bin, du kann mich schon in Richtung Elektro-Zawotzk unterwegs, weil da komme ich jetzt langsam hin. Was, warum hat er mich gesehen? Elektro, oder was? Ich bin wieder ohnmächtig geworden. Trau-Sretten bestimmt. Antwort auf das lustige Bauchsymbol war übrigens, nicht mehr essen, weil sonst kotzt man. Also, oh, ich habe einen Besen gefunden. Vielleicht kann ich mit dem fliegen. Mach die Tür zu hinter dir. Schnell, mach die Tür zu. Das war doch hier das Harry-Potter-Ding, ne? Wer von euch ist denn schon zusammengekommen? Seid ihr alle noch einzeln? Wir sind alle noch einzeln. Wir wissen ungefähr, wo wir sind, aber in der Praxis sind wir wahrscheinlich doch relativ weit auseinander. Zumindest so weit auseinander, als dass man jetzt mal nicht einfach so zusammenkommt. Kann man jetzt Sachen auseinandernehmen? Also soll ich, wenn ich jetzt so eine Anzugruhe, kann ich die irgendwie zu fetzen, zerarbeiten? Die kannst du zu fetzen. Aber die? Da brauchst du einen scharfen Gegenstand. Ach so. Messer oder sowas. Also, mein... Dann kannst du die zerschneiden. Kommt hier nochmal jemand mit dem Auto? Ich habe übrigens, für einen von euch habe ich noch eine Stichschutzweste. Eine Polizeibeste. Das ist gut. Die kann ich gebrauchen. Und falls ein Unfall passiert, können wir den ordentlich absichern. Nicht, dass das ein zweites Auto dann kommt. Hat er was von mir gesagt? Ich gehe jetzt echt ein ganzes Wohnhaus und mich ein... Ich schreck ihn rum. Ich bin wieder umgefallen. Bist du denn bei mir jemand anders unterwegs, oder wie? Da fährt immer einer mit dem Auto vor und gibt mir halt so Sachen hin. Aber ich habe halt kein Blut mehr in mir. Das heißt, ich sehe den immer und dann werde ich ohnmächtig. Ich sage euch, das ist das Leben. Das ist das Leben. Ich sehe nichts. What is this? Gibt es eigentlich, auch hier wieder eine Frage an den Fachchat, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Lebenspunkte, die man hat... Jetzt gehen die wieder hoch. Ich wollte gerade fragen, werden sie regeneriert? Meine Lebenspunkte sind jetzt wieder voll. Oh, ich habe eine Wasserpumpe gefunden. Irgendwie check ich es gerade. Ich hatte mir was zugeschoben oder so. Kann man anderen Leuten was zuschieben? Nee. Wie bei Fallout eine Granate ins Inventar schmuggeln. Hast du... Martin, in welchem Ort hast du eine Dings gefunden? In Kamishovo. Okay. Also ich versuche da hinzu. Ich bin jetzt aus dem einen Ort raus. Ich glaube, ich steige jetzt bei dem ins Auto ein. Das soll man zwar nicht machen, Kinder. Ja, mach das einfach. Aber ich steige jetzt bei dem Fremden ins Auto ein. Er hat ja schon was gegeben. Du musst nicht bei fremden in Autos einsteigen. Hast du gar nichts gelernt. Der hat ihm doch Süßigkeiten gegeben. Das steigt er auch ins Auto ein. Also ich habe gerade ein ganzes Glas Marmelade gegessen. Kann ich nicht empfehlen. Wird einem schlecht von. Ach. Eine Tomate. Und eine Leberprostete. Ach. Du bist der. Also herzlichen Dank. Geil. Aber frag ihn mal, ob da noch Nudeln im Auto sind. Habe ich vergessen. Er ist jetzt schon weggebracht. Ich kann nicht mal eine Tomate essen, ohne Tum zu fallen. Das ist der Beweis, Kinder. Gemüse tötet. Gemüse ist meine Apokalypse. Wenn ein Fremder dir Leberpastete anbietet, steig ja nicht ins Auto. Übrigens, Fritz. Ich weiß auch, was das heißt. Das Magensymbol ist, dass man voll ist. Ja, ja. Genau. Man soll ja nicht weiter essen, weil da muss man kotzen. Das habe ich auch schon aussehen. Sie, Monsieur, Sie kommen zu spät. Dieser Tipp kommt zu spät. Jetzt isst schneller deine Tomate, Mann. Fack, ey. Diese scheiß Zombies. Lecker Tomate. Diese scheiß Zombies in der Zombie-Apokalypse. Das kann nicht wahr sein. Das wäre ohne, wenn wir jetzt mal... Ich bin übrigens, glaube ich, jetzt erst vor diesem Ort, vor diesem Solni-Trallala-Ort, weil der Ort davor war quasi nur dieser Kornspeicher und jetzt komme ich da erst rein. Ich bin noch ein ganzes Eckchen weit von dir da entfernt, Martin. Okay. Aber... Also angeblich, mein Blut müsste ich ja langsam wieder regenerieren. Und ich habe jetzt eigentlich auch quasi getrunken und gegessen. Das heißt, diese Werte steigen gerade auch wieder. Das sind diese kleinen Pfeile oben drüber, ne? Ja. Da sieht man, in welche Richtung das für sich bewegt. Ich stelle mal kurz auf die Fritz-Cam um. Der Chat hat recht, weil das ist dieses Trauerspiel. Muss man sich ja... Ne, aber Fritz, es geht immer noch nicht. Es geht immer noch nicht. Was ist denn das? Ich sende auf den RTMP. Warte mal, ich starte das auf der Neue. Aber ich zeige halt, dass relativ wenig durchkommt. Das ist bestimmt, dass es wegen dem blöden... Warte mal, jetzt, 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 jetzt passiert was. Ja, aber es wird wahrscheinlich ruckeln, weil bei mir geht durch das Ding so wenig raus. Ich mache aber mal kurz meine Cam hier aus. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Leitung übrig. Das Ninja nimmt sich leider nicht so viel Bandbreite. Das war aber weg. Anfang des Ortes. Ah! Ich finde hier lauter Sachen. Könnt ihr denn jetzt mein Bild sehen, oder nicht? Ja, jetzt sehen wir dein Bild. Wahrscheinlich ganz schön ruckelig, oder? Meine Anzeige ist leider rot. Oh, die können ja klettern, die Zombies. Wollt ihr mich verarschen? Oh, hier ist gar kein Kamishovo, oder was. Wo bist du denn, Michi? Ach, du warst da oben, ja. Aber sag mal, Türen zu. Also, wohin lauft ihr jetzt gerade? Und du doch mal nach Süden, Michi. Nach Süden? Ich laufe jetzt nach Richtung Kamishovo. Ja, genau. Guck doch mal in die Richtung. Ich auch. Ich habe leider inzwischen keine Ahnung mehr, aus welcher Richtung ich kam, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt einfach hier der Straße entlang und hoffe, dass das Süden ist. Wieso kann man eigentlich... Da steht eine Topfpflanze. Jetzt mal so realistisch gesprochen. Ah, Tür zu. Danke. Sorry. Da stand ein Zombie-Fanisch. Oh, was ist das auch nicht? Oh, ich bin gleich bewundet. Das ist Scheiße. Kann man so eine Topfpflanze nicht... So was müsste man doch... Die Blätter davon, die müsste man noch essen können. Da muss doch irgendein Mehrwert drin sein, oder? Wie ist denn das, Leute? Hm? So eine Topfpflanze, so die Blätter davon, die müsste man noch essen können. Das ist doch wie Salat, oder? Ich glaube, ja. Dann frage ich mich, warum... Komm schon, Blut! Bring it! Wieder umgefallen. Ob sich das im Krankenhaus, die Sanitäter da auch einen Spaß mit machen? Wenn die Leute so... Ah, jemand schießt ja! Dann lassen sie die erst mal rum. Mir schießt irgendjemand. Scheiße, 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 scheiße. Aber ich sehe nicht mal... Wow! Der ist irgendwie direkt bei mir. Scheiße, 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 scheiße. Und ich habe nichts. Ah! Was wollt ihr von mir? Ich gehe zu Hause. Obwohl, es bringt mal jemand, der... Oh, jetzt, warte mal, hier ist eine... Nein. Scheiße, damit komme ich nicht weit. Nein, das ist nicht in Ruhe! Ich habe eine Ruhe, Kartoffel. Hilfe! Scheiße, mir geht das Wasser aus. Kamichovor weiß nicht, wo die Pumpe ist. Da kann ich euch nicht hinführen. Schabos wissen, wer der Babos ist. Jetzt habe ich ja leider die Verbindung. Jetzt ist die Verbindung weg. Sorry. Also irgendwo mit dem... Das ist blöder, ob ich jetzt Ninja und irgendwas anderes zusammen... Wenn der schießt, oh Gott, wer schießt. Ich bin jetzt am Westeingang von Kamichovor. Kamichovor. Da komme ich jetzt dann gleich hin. Das ist auch relativ klein. Ich kann auch einen anderen abgehen. Wenn ihr irgendwo... Elektro-Zawotzk kommen. Aber lauft doch ihr eher landeinwärts. Wir müssen doch landeinwärts. Das ist doch jetzt Quatsch. Ja, wir müssen uns doch erst mal treffen. Jetzt sind wir ja schon hier fast in der... Kann ich auch noch mal... Lauf mal nach Elektro-Zawotzk, Martin. Okay. Dann läuft er halt noch weiter von mir weg. Du willst nördlich von Kamichovor oder was? Ja, ich bin da drüber quasi ein bisschen. Bei Tulga oder was? Oder Kutolka? Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Solnitschni heißt der. Ach, da oben. Ja, noch ein Stück. Ja, das ist eine ganze Ecke weg. Wo so viel ist das gar nicht. Ich kann mich wohl eben durch. Das geht relativ fix. Wolltest du doch nach Elektro-Zawotzk kommen und mich... Dann komme ich, ich komme nach Elektro-Zawotzk. Ich komme jetzt nämlich raus aus dem Ort gerade. Du hast einen Ort durchsucht, du hast, weil ich hätte mal ganz gern was zu essen. Ich habe ein bisschen was zu essen. Ich habe eine, einmal Salzstange. Das kann ich dir geben. Satt bin ich tatsächlich, ich habe nur so einen Megadurst. Aber in Elektro-Zawotzk gibt es ja auch Wasserpumpen. Wo ist denn da Wasserpumpe? Wie sieht denn die aus? Ich habe halt gecheaten, weil ich auf die Map geguckt halt. Du hast beschissen. Ich habe beschissen. Ich habe auf die Map geguckt. Das darf ja wohl nicht machen. Im Internet. Wieso denn da gehst du so viele Klamotten rum und so wenig Futter? Das ist doch ein bisschen von der Verteilung. Da kommt ein Feuerwehrmann. Schau ab. Der hat einen Ball, der bringt bestimmt das gleiche um. Geh weg. Ja, was war das? So, ja, das ist natürlich nicht so gut, dass es hier dauernd ohnmächtig wird. Aber ich hoffe, dass das jetzt... Ich glaube, manche Ecken kann man echt noch aus Arma erkennen. Auch wenn die jetzt natürlich irgendwie detailliert werden. Michi, hat dein Feuerwehrmann-Helfer einen weißen Helm aufgehabt? Ich glaube nicht. Du hattest ja so einen Tactical-Gear-Mann, den du hattest? Nee, es ist halt einer in einem Jeep oder so einem Auto, der hat da rumgekrooft. Aber Feuerwehrmann-Männer kann ja auch einen Jeep benutzen. Nein, das ist... Ich fahre ein Feuerwehr-Auto, hast du gar nichts gelernt. Wo bist denn du jetzt? Ey, bin ich vielleicht auf dem Weg? Hallo. Ich bin durch den nächsten Ort durch. Oh Gott, das ist unheimlich. Jetzt wird es langsam dunkel, ne? Da will mir einer den Brunnen zeigen, okay? Ich vertraue dem mal. Ja, dann zeig mir mal den Brunnen. Ach, jetzt brauchst du dich nicht mehr da was. Bitte was? Das Spiel sendet die völlig falschen Botschaften an Kinder. Hier steigt ein Auto ein. Hier kommen wir zu dem Brunnen. Naja, wenn der Feuerwehrmann... Der weiß ja, wo ein Brunnen ist. Feuerwehrmänner kann man schon vertrauen. Das ist ein Krimis dann nämlich der. Oh Gott, das war die ganze Zeit der Polizist. Das ist die Frage, ob ich, ob, wenn ich sitzen bleibe, diese Blutregeneration schneller passiert. Musst du noch mal wiederholen, Richi. Wenn du sitzen bleibst, musst du noch mal wiederholen. Für Schuljahr. Ein Fremder zeigt Daniel gerade ein richtiges Kaninchen. Wir haben fast den richtigen Tag. Das ist auch weniger ein Zombie-Simulator als so eine Art Sterbe-Simulator. Da ist auch gerade mit dem Auto jemand an mir vorbeigefahren. Halt, halt, nehmen Sie mich mit. Nehmen Sie mich mit, so wie den anderen Tüten. Sätze wie aus der Pandemie. Bitte. Scheiße. Schade. Mal Feuerwehrmann, ich nehme einen Schraubenschlüssel mit. Ja, da ist ein anderes Auto. Halt, bleiben Sie doch stehen. Der hat sogar sein Licht an. Wow. Die Lichtquellen werfen sogar volle Schatten. Was ist denn das Geiles? Hast du deinen Stream noch an, Fritz? Äh, warte mal, ich mache ihn wieder an. Hilfe Feuerwehrmann, wo bist du? Ich habe Durst. Wo bist du denn jetzt? Ich bin, glaube ich, bei Elektro... Kann nicht auf den angegebenen Kanalenurtsschlüssel zugreifen, sagt er mir jetzt. Beim Industriehafen bin ich da, wo der Kran ist, in den Container. Wo in Elektro-Vorot? Wo bist du? Ich bin jetzt... Ja, genau, ich komme jetzt vom... Fuck. Ich komme halt von Osten jetzt an den Ortseingang. Ich bin jetzt gerade da. Ist doch am Hafen so ein großer Kran. Scheiße, ich blut ja. Bandage, müsste man auch haben. Liebliert. Ja, ja. Man schadet es auf die Bandage. Feuerwehrmann, wo ist die Pumpe? Nix, Feuerwehrmann, jetzt hier, ich. Ich habe eine Leberpastete gefunden, Leute. Eine Leberpastete. Hier, ich bin bei Elektro-Vorot. Nein, Sommi, hinter mir. Nein, und ich stehe im Schrank, ich komme nicht raus. Nein, Feuerwehrmann, lass mich nicht im Stich. Wo bist du jetzt diese Pumpe? Geh weg, geh weg. Michi, Daniel, Mann. Zack, zack, zack. Wo bist du denn hier? Ich bin jetzt hier genau am Ortseingang. Wo denn? Am östlichen Ende der Stadt. Du siehst doch diesen großen Kran am Ufer, oder nicht? Ich bin hier gerade beim Feuerwehrmann. Ey, das ist voll geilerkassen Traum wiederhast. Was? Ja, Mann. Hallo. Wo in Elektro-Dings-Star bist du denn? Ja, aber ich muss erst mal zu der Pumpe. Geh du mal zum Hafen, oder dann komme ich da hin, sobald ich was getrunken habe. Wo bist du denn jetzt? Ich bin irgendwo in dieser Elektrostadt unterwegs. Ja, Pummi, Papi, ihr sollt euch nicht streiten. In so einer hässlichen Gegend, wo alles braun ist. Man sieht auch so schlecht. Ihr sollt nicht mal so über Berlin reden. Siehst du, wenn du zur Küste schaust. Das sieht dir eher aus wie Cottbus, ehrlich gesagt. Wenn du zur Küste schaust, siehst du den Kran. Ich kann gerade nicht zur Küste schauen. Jetzt hier im Haus ist ein Kran, und ich habe so wenig Blut, dass ich dauernd ohnmächtig werde. Und wenn ich jetzt rausgehe und weglaufe, werde ich garantiert ohnmächtig. Und ich glaube, die andere Tür nach hinten raus ist auch offen. Und jetzt habe ich mich gerade in so einem Wandschrank eingesperrt. Ja, geil, danke, Feuerwehrmann. Und das kann ich bringen, das war's so. Ich bin zu dem Mann ins Auto eingestiegen. Aber geht denn dein Server jetzt, das Stream jetzt wieder? Zu dem, nee, jetzt sagt er mir, dass die Zugängensdaten nicht mehr gehen. Es kann sein, dass irgendjemand die Daten von dem RTMP jetzt geändert hat. So, hat sich einer von euch gemerkt, welche die Tür in die Freiheit und welche die Zombie-Tür war? Ich glaube, das ist die Tür in die Freiheit. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall in das Auto von jemandem eingestiegen. Und der fährt mit Licht an bei Nacht. Und die Lichter werfen Schatten, was mich sehr erfreut. Hier ist, in dem Zombiespiel funktioniert das offensichtlich. Und ich sehe, dass meine Kamera andere Farbe ausspuckt. Aber das ist wegen OBS an- und ausmachen. Also, Daniel, falls du mal schauen kannst wegen dem Zugang und mir den vielleicht noch mal schicken kannst, dann kann ich noch mal checken, dass ich das noch mal umändere. Falls sich der Code tatsächlich geändert haben sollte. Ich kann da nicht viel machen gerade. Ich dachte, du kannst da in das Menü reingehen, um das zu ändern. Oh Gott, jetzt ist mir schlecht. Nicht mehr mehr essen. Hallo, ich habe nur was gesagt. Also, ich wäre auf jeden Fall hier mit dem Auto... Also, wenn ich das alles zu Fuß gegangen wäre, das hätte ich nie und nimmer im Leben nicht geschafft. Warte mal ganz kurz. Wir kommen auch zu der Pumpe. Weißt du, wo die ist? Glaube, ja. Ich komme mal kurz noch mal hier in den Dings rein, damit meine Kamera wieder sauber ist. Da ist schon wieder ein Zombie next door. Ich bin ohnächtig geworden. Das ist viel zu gruselig. Verdammt, verdammt, verdammt. Lieber auf Gras laufen, nicht auf der Straße. Das macht weniger Lärm. Oh, ich kann ja mal gucken, ob in dem Auto... Ach, ich kann im Auto nicht das Inventar benutzen, oder? Kann das sein? Ich wollte gucken, ob in dem Auto vielleicht irgendwas drin ist. Aber geht nicht. Außerdem hatte das eine Zombie gerade noch eine Dings dabei. Eine Pepsi. Und die kann ich jetzt gerade gar nicht trinken. Ich laufe jetzt weiter die Straße entlang. Und ich glaube, ich fahre gerade auf... Kami... Kami Shobo zu. Oh, die Dinger Zombies. Langsamer. Ich glaube... Wer ist denn jetzt in Kami Shobo? Elektro Zawotzk. Ja. Ihr seid alle schon in Elektro Zawotzk? Okay. Lieber Fahrer... Lieber Fahrer... Es ist ein bisschen schwierig, hier sich zu orientieren. Lieber Fahrer... Können wir uns an der Küste unten treffen, Martin? Dann... Dann... Lass mal. Ich muss ein paar Orte zu trinken. Ich werde das jemandem sagen. Ich bin bei der Bahnschiene gerade. Kommst... Naja. Wo ist denn bei dir? Komm nur mal zur Bahnschiene. Aber die Bahnschiene geht doch den ganzen Ort nicht. Ich weiß. Aber ich bin, glaube ich, in der Nähe von dir. Achso. Ich bin jetzt auch schon wieder schlecht. Wenn du bist. Ich schaue mal, ob ich zur Bahnschiene bin. Sag mal, wenn du bei der Bahnschiene bist. Der Fahrer ist jemand, der unseren Stream hier schaut. Könnte ich mir total gut vorstellen. Das würde erklären, warum er genau dann getrennt ist. Denke und Essen da hatte als... Äh, genau. Ich gehe jetzt zu so einem Bahnübergang. Ich glaube ich. Bist du das? Ja. Oh, ja. Fahrradhelm hast du auf. Da müssen noch so die Haare oben rauskucken. So aus dem Fahrrad. Oh, ich bin vom Blutlevel her wieder. Ich freue mich, dass du das was zu trinken. Das war ja, dann komm mit. Oh, und hier ist ein Ortsschild. Ich habe schon vergessen, wo das ist. Ich glaube hier hinten. Ein weiter. Ein weiter, glaube ich. Auma. Da hinten lief gerade ein Zombie hinter uns her. Oder war das ein anderer Spieler? So, jetzt hält der Fahrer hier. Ich tippe mal, ich soll aussteigen, oder? Soll ich, da fahren wir weiter? Oder was machen wir? Michi, bist du das mit der weißen Mütze? Ich bin in Dolina. Ich bin irgendwo in Landesinnerung. Ich glaube nicht, dass... Über dir war Elektro, oder was? Ich habe den Feuerwehrmann gefunden mit dem weißen Helm. Der andere Autofahrer hat den Feuerwehrmann mit dem weißen Helm gefunden. Steig ein, Feuerwehrmann. Ich steige jetzt hier... Ich steige jetzt hier... Hä, Moment mal. Da ist gar niemand drin. Hast du ein Auto, Michi? What the fuck? Was ist da los? Ihm gerade habe ich auch, glaube ich, irgendwas über Voice Over Dings gehört. Aber ich... Hä, warum fährt das von selbst? Soll ich auch steigen? Ich steige jetzt hinten ein. Ich steige jetzt mit dem Auto rein. Als der Feuerwehrmann mit mir geredet hat, das klang genauso wie Lea, als sie diesen Helm aufhat. Das Auto ist kidd, das fährt von selbst. Aber ich kann gar nicht fahren. Ach nee, die fahren jetzt, glaube ich, weg. Wie meinte man, der Feuerwehrmann sowas wie, ähm... Deine Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Schade, man kann nicht hinten einsteigen. Alter, ist das creepy. Ach, man kann hinten einsteigen. Warte mal. Das ist ja geil. Man kann in die Autos hinten einsteigen. Ich bin verrückt. Das ist ja voll cool. Da musst du den Sitz erst vorschieben und umklappen, damit du hinten einsteigen kannst. Das ist ja super. Aber wie... Jetzt steig ein. Hilfreich, der Feuerwehrmann. Wie... Wie... Wieso sitzt niemand in diesem Auto und es fährt von selbst? Wer fährt dieses Auto? Stevie Wonder? Wo fahren wir denn? Was machen wir denn jetzt, Martin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Helfercrew ist, die hier mitmacht und die uns jetzt da ab... Ich glaube, die bringt mich zu euch oder so. Keine Ahnung. Was fahre ich jetzt hier mit dem Auto durch die Nacht? Eine Polizeiweste. Brauche ich die? Ich schütze mich wahrscheinlich ein bisschen. Ich habe ja eigentlich mal eine Jacke, aber die habe ich eben verloren. Ja, dann geht mal her. Ich lege die hier hin. Rainer Zufall schreibt, das ist das Pendant zum Deppenanzug. Ja, aber echt. Und... Ein Auto mit unsichtbarem Fahrrad. Da hast du die Schuhe oder hast du die Schuhe? Grundschuhe? Ich habe eine Arbeitsschuhe. Die ist isoliert. Ja, Zami. Ich habe eine Liederschuhe. Aber die Stichschutzweste, da kann ich nur... Wie war ich, der geflogen ist? Ja, okay. Oh, Mann. Ja, und brauchst du so robuste Lederschuhe hier? So, jetzt. Was gibt es das? Arbeitsschuhe? Wieso nicht? Du isoliert hier dann. Und ich hätte noch für dich Jeans, Hotpants. Bietet keinerlei Schutz für Kate oder Schaden. Heute, die Leute fahren jetzt mit dem Auto in die andere Richtung. Oh Gott, die bringen mich jetzt in den Wald. Wie wir halt alle in so komischen Autos sitzen. Haben wir was zu essen? Hier kommt auch ein Auto. Das sind Gangs. Das sind keine Menschen mehr. Ja, ne? Das ist voll. Wenn du überlegst, das schafft ein Dying Light 2 von jetzt gerade nicht. Das macht halt doch einen Unterschied aus. Heute noch zu essen finden. Also, dieses führerlose Auto fährt mich jetzt auf der Küstenstraße nach Süden. Das heißt, ich komme jetzt quasi in eure Richtung. Brauchst du essen. Sollen wir mal schauen, wo das Auto ist? Erst mal was essen. Ja, das wollte ich jetzt die Zukunft sagen. Okay, mal lang. Ich beschütze dich von dem. Ach, du hast was. Für den RTMP-Gehenderzeit. Salzstange habe ich einmal. Ja, dann kriegst du meine Salzstange. Ist das... Ihr liegt auf dem Boden. Sei so, schreibt, ob das ein Uber mit Autopilot ist. Ja, das kann echt sein. Dass das so ein Tesla-Ding ist. Ein Ost-Tesla, schreibt Kürzel. Von Genosse Eva Hartnuss. Übrigens, nur mal, Michi, das ist ja jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen induziert, aber... Ach, ihr hört mich jetzt nicht mehr, oder? Ich höre dich. Doch. Ich schicke jetzt gerade mal über das... Über mein OBS-Ninja-Bild schicke ich jetzt gerade mal mein Spielgebild. Pfff. Also, nur falls du die Quelle noch mal irgendwie neu voll reinziehen willst, könnt ihr zumindest mal sehen, was bei mir gerade Kurioses los ist. Ich weiß leider nicht, wo ich bin, aber... Ach, denn wir verlieren uns vielleicht wieder, wenn wir hier einfach so wahllos rum... Ich habe auch noch mal was zu essen, oder? Das heißt, wir sind 1,20 Stück drin. Ich habe irgendwie, glaube ich, noch eine gegessen, und das härt mich schon. Hier ist ein Kapuzenpolizier, dann ist das hier kalt, oder geht das? Nö, hier sind Chucks. Oh, und eine Pistole, ja, wirklich. Aber ihr fahrt ja auch einen schönen Lader, sehe ich gerade, so nah. So, und jetzt switchen wir zu Fritz rüber, wo aber irgendwie gar nichts mehr geht. Hallo? Hört ihr mich noch? Ja, ich höre dich noch. Also, ich höre dich noch. Also, Fritz ist auch in einem Auto, man hat aber ungefähr zwei Frames per Second. So. Also, ich werde hier von diesem Chauffeur-Service weitergefahren. Ich habe das Gefühl, dass die bringen mich zu euch. Oder, oder? Ein Tageslicht wäre, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass es so finster ist, weil ich sehe echt gar nichts mit dieser scheinlichen Scheinwerfer im Gesicht. Ja, aber genau zu den Atmosphären. Das wäre ja das eine, aber wenn man nichts von der Atmosphäre sieht. Meine Chauffeure fahren hier die ganze Zeit die, ähm, äh, die Zombies um. Ich habe sicher, dass der Mikro so weit weggetan ist, weil man nicht kaum versteht. Oh, okay, sorry. Ich schmierst wieder ran. Hallo? Was? Wo? Aber wir fahren. Ich schmierst wieder Prozessive Layer. Aber wir fahren immer, glaube ich, durch den Set. Oh, die haben so oft jetzt sich gedreht, dass ich die Orientierung verloren habe. Ich habe nichts verstanden, welche große Stimme. Ein Zombie. Das ist unheimlich. Sprichst du mit mir, oder was? Ja. Das ist ja also spooky. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, aber dann ist ja leise. Ich dachte, ihr meint das nicht. So. Oh, ich glaube, ich wollte Streichholzer jetzt nicht. Die sahen im Dunkeln aus, wie die Salzstangen. Ich glaube, ich soll nicht aussteigen, oder? Okay, ich steig mal aus. Ja. Leute, ich bin jetzt hier. Dankeschön, guter Samariter. Ich bin, glaube ich, hier an dem Bad. Ich weiß noch, dass wir hier, als wir das erste Mal das Let's Play gemacht haben, haben wir uns hier, glaube ich, sind wir mit dem Auto davon gefahren. Ich laufe jetzt diese Straße hier mal weiter. Und wo seid ihr jetzt? Wo bist denn du? Ich denke, dass ich irgendwo vor Kamishobo bin. Oh, hier ist ein Name. Komm mal rein. Scheiße, da war gerade ein Schild. Da war gerade ein Schild. Wo sind wir denn? Liebe Zuschauer, falls ihr mich hört, da ist schon wieder jemand im Helm. Ja, hier sind lauter. Soll ich da einsteigen? Michi, hast du einen grünen Helm und eine blaue Jacke an? Ja. Dann sitz ich. Ich sitz hinten. Ich sitz hinten im Auto. Fritz, steig aus. Komm hier um die Ecke, Martin. Fritz, du sagst aussteigen, hieß es. Dankeschön. Das bin ich. Das bin ich. Die haben uns zusammengebraten. Ich werde verrückt. Das ist ja geil. So, jetzt muss ich aber schnell erstmal eine Pepsi trinken. Achtung, durch die Straße runter, da kommt ein Auto. Ja. Das ist doch das andere Auto. Das ist doch das, was dich gefahren hat. Genau. Das ist ja geil. Dann laufen wir, wir sind jetzt hier vor, wie heißt das hier, Schrett-Po-Buck. So gut das heißt. Jetzt trinke ich erstmal eine Pepsi. So, damit ist das nur erstmal ein bisschen. Oh, Gott sei Dank. Das ist Elektro-Savosk. Wir sind an der Grenze von Elektro, Leute. Wir sind an der Grenze von Elektro-Savosk. Ja, dann kommt mal ins Zentrum, zu der Pumpe. Wo auch immer die ist. Ich kann euch leuchten. Ich gehe mal auf die Hauptstraße und halte mein Leucht-Nicklicht hoch. Ich habe hier gerade noch irgendwas bekommen. Oh, ich habe gerade Medikamente bekommen. Und ich esse schnell noch eine Leber-Pastete. Jetzt beeilt euch mal. Ich will ja nicht die ganzen Zombies anleuchten. Da kommt ein Auto. Seid ihr das? Nee, wir fahren gerade nicht. Was ist uns für ein Auto? Ein Jeep? Wenn es ein Jeep ist, steig ein. Nee, wir sind nicht einsteigen. Wir laufen jetzt quasi zu denen hin. Das sind die Helfer von eben. Wir laufen aber jetzt zueinander hin. Ah, okay. Ob es sowas in der echten Apokalypse dann auch gibt? Ja, bestimmt. Das sieht so cool aus. Oh, schau mal. Schau mal, wie hier da oben diese Kirche. Also ich habe jetzt noch eine volle Wasserflasche. Ich habe eine Wasserflasche mit schlechtem Wasser. Ich habe eine sehr vergammelte Tomate. So, jetzt vorsichtig, wenn wir in die Stadt reinkommen. Wir laufen jetzt von der Ostseite nach Elektrosavotzk rein. Ich komme nicht gegen Martin. Du trinkst noch, oder wie? Ja, das dauert anscheinend. Dann trinke ich auch noch. Und dann lass die mal kommen. Wenn man was getrunken hat, hat man ja sieben Minuten später. Da ist man schon wieder am Verdursten. Das ist ja ganz normal so. Damit sollte mein Blut schneller hochgehen. Und das tut es auch. Ja. Das ist immer ein bisschen blöd bei diesen Survival-Spielen, dass das so schnell immer geht. Kein ist ein teiler Quatsch. Hunger und Durst. Das ist Quatsch. Ist irgendwie was. Wenn ich was gegessen habe. Ich habe andere Gameplay-Ideen als dieses ständige, ich muss mich am Leben halten. Jetzt hört mal auf zu meckern und passt auf, wo die Zombies sind. Aber Michi, kannst du mal ganz kurz stehen bleiben? Bitte? Ich muss noch kurz mal in meinem Inventar gucken, was ich jetzt da alles eingesammelt hatte. Oh, ich habe nicht stehen. Daniel, bringt's raus. Ich habe noch ein Desinfektionsspray dabei. Michi, hast du irgendeine Waffe dabei? Ich habe ein Messer und ich habe halt ein Gewehr, aber dafür bräuchte ich eigentlich ... Was brauchst du für Munition? Warte mal. Ach nee, aber das kann nicht sein. Ich habe irgendwie 12 Schuss U70 Magazin und 380 ACP Munition. Das ist, glaube ich, für Pistolen oder Maschinenpistolen. 7,62 mal 39 Millimeter Munition. Nee, sowas habe ich nicht. 12 GA. Können diese ganzen Waffen nicht einfach immer dasselbe verschießen? Was ist denn da los? Martin, wo bist denn du? Gehen wir denen jetzt ins Gegenteil oder nicht? Ich stehe jetzt auf der Straße. Schau mal hier, im Chat schreibt Kall und dir gerade, das Taxi geht jetzt mal zurück in die Garage. Warst du das, der uns da gerade geholfen hat? Ich glaube, dass das auf jeden Fall ... Oh, Zombies. Lauf. Nee, die verfolgen dich doch. Ich bin doch nicht bescheuert und lauf. Was geht denn jetzt, Kinders? Hinten ist auf jeden Fall was los. Komm mal mit. Ich sehe sie. Was hier ist ein Zombie? Oh, es ist ein Zombie. Entschuldigung. Noch einer. Da war auch die Michi. Ja, das war ich. Ich habe hier gerade davon. Ich versuche, die abzuhängen. Echt? Seid ihr hier irgendwo? Ich komme auch gerade, glaube ich. Ja, aber wenn ihr Michi gerade gesehen habt, dann ... Das war ein schlechter Witz. Ach so. Da läuft jemand vorbei mit einem grünen Rucksack. Der wird vom Zombie verfolgt. Ich bin das hier gerade ins Haus reingegangen. Ja, dann warst du das. Ich kloppe den Zombie vor der Tür auseinander. Dafür erwarte ich dann ... Da ist noch einer. Da ist noch einer hinter dir, danke. Vorsicht, das bin ich. Das bin ich. Entschuldigung. Yes! Hallo! Hey, ich tue es. Michi, wo bist denn du ungefähr langgelaufen, damit ich irgendwie ... Einfach die Straße geradeaus weiter. Du bist doch nach links abgewogen. Ja, und dann noch nach rechts und hoch und runter. Du bist in deinen Helm rein. Jetzt brauchen wir nur noch ein Auto. Aber dann bleibt mal da. Ja, mich braucht er vielleicht auch noch. Ich komme die Straße runter, oder? Warte mal, hat einer von euch eine Lampe an? Ja. Dreht euch mal um, ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Schaut mal hier. Ja, da. Nehmen wir den. Guck mal! Yay! Da haben wir uns gefunden. Wie geil ist das? Seid ihr schon so geil ausgerüstet? Ich habe nur einen Baseballschläger. Oh, Martin, hast du auch so eine doppelläufige? Hast du Munition dafür? Habt ihr 380 ACP-Munition zu finden? Hast du das nicht? Ich habe 380 ACP-Munition, Daniel. Ja, geil, leg mal auf den Boden. Ich lege die auf den Boden. Was auf? Hört ihr eigentlich dieses Klicken? Drei Schuss? Ja. Das ist du ja die ganze Zeit. Ich habe 308 Win-Munition und 9mm Munition. Äh, 19mm Munition. Alter, wie geil ist denn das mit den Schatten? Ich finde, das war cool. So müsste das heutzutage in jedem Spiel sein. Also von euch hat keiner diese 7,62x39 Millimeter Munition. Nee, ich habe ein U70-Magazin noch, aber das Zeug nicht. So, aber dann wollen wir doch jetzt versuchen, ins Landesinnere zu kommen. Aber da soll mir nochmal einer sagen, dass Lichteffekte nicht wichtig sind, ey. Irgendjemand von euch ist erkältet. Also Landesinnere. Das heißt, wir müssen in die Richtung, oder? Ja. Ich hätte gesagt, ja. Bleiben wir mal von den Häusern fern und spät mal ein bisschen. Ey, wir brauchen ja was zu essen mal. Wir müssen mal in die Häuser gucken. Hätte ich gesagt. Vielleicht in dem Rettungszelt hier? Sollten wir mal reinschauen. Hier vielleicht ins Haus. Ich gucke hier ins Wohnhaus. Das Essen. Aus meiner Erfahrung gibt es, äh, in meiner Erfahrung bislang gibt es da keine richtige Logik. Wanda mal, was ist das? Ich habe ein Kobra-Zielvisier. Kobra, übernehmen Sie. Kann man das essen? Äh, wer ist denn das mit dem roten Helm? Ich. Hast du gerade eine Lampe in der Hand? Ein Leuchtstab in der Hand. Achso, okay. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ist hier jemand anders? Das ist kein Klappspartel. Wie lange hält denn so ein Leuchtstab? Nicht so. Nicht so eine ganze Weile. Vorsicht, da drüben ist ein Zombie. Daniel, Leuchtstab weg. Die Straße runter nach, äh, Süden wahrscheinlich, oder? Nahkampf würde ich auch ganz gerne. Ich kann dir einen geben. Ich habe massig dabei. Komm her. Ich, da hält er mir. Ja, ja. Warte, ich, was willst du denn haben? Vorschlaghammer? Sicher? Also, mein Beil gebe ich nicht weg. Ich gebe dir den Vorschlaghammer. Vorschlaghammer. Ich lege den auf dem Boden, oder? Ich gehe mal mit Michi mit. Ist das hier ein Bowling-Ding? Gibt es hier vielleicht? Oder sie spielt jetzt? Jetzt, hier. Okay, danke. Ich bin der andere, der auch eine Waffe auf dem Rücken hat. Und den grünen Helm. Oh, scheiße. Das ist auch ganz interessant, ne? Das ist ja auch zum Beispiel sowas wie die Namen der Spieler und so. Das wird alles gar nicht angezeigt, ne? Ja, komm her. Was bringt denn das? Die Fenster sind doch eingeschlagen. Ach, ich dachte, ich irritiere ihn, dass er sagt, man ist heute geschlossen. Das hätte er nie gecheckt. Da ist noch einer. Kommt zum Fenster rein. Pass auf, pass auf, der ist zu euch da ein Zombie hingelaufen. Hier sind Schuhe, Turnschuhe. Der Supermarkt in Larry 1 hier. Was sie am Anfang gespielt haben. I love it. You perfect. Ich finde, das hat schon was. Also dieses, keine so Gameplay-Elemente, die man sonst aus Multiplayer-Spielen kennt, anzuzeigen. Dass du halt nicht weißt, wo sind die anderen, nicht weißt, wer ist das jetzt genau. Also du musst halt wirklich dich drauf verlassen, was du siehst. Das ist schon irgendwie cool. War da hinten noch irgendwas? Wo ist da hinten? Oh, schau mal, der hat hier... Der Supermarkt war irgendwie leer. Guck mal, hier weitergehen. Da hat er einen Rucksack dabei, Leute. Wo seid ihr ungefähr? Also ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr aufhören, sonst sollen wir uns sofort wieder verlieren. Komm mal, kommt mal in den Laden zurück. Der Supermarkt hat von euch noch keinen Rucksack. Ich habe keinen Rucksack. Der hat einen Rucksack dabei, glaube ich, der Zombie. Den habe ich aber doch gerade... Ach, das habe ich gar nicht geschnallt, dass das quasi... Weil ich nur so dachte, hey, da ist ein Platz für ein Funkgerät und eine Taschenlampe. Aber das ist dann quasi... Aber ich kann den nicht aufsetzen. Doch, du musst den einfach nur auf deinen Rücken ziehen. Du musst vielleicht deinen Rucksack oder deine andere Tasche, die du hast, ablegen. Ich muss den... Ich bin ein Auto. Nee. Ich habe aber keinen Rucksack. Wieso? Pass auf, da ist ein Zombie hinten dran. Oh, hinten. Hier ist ein Zombie drin. Den Rucksack nicht benutzen. Augen rum. Habe ich. Liebe Zuschauer. Wisst ihr zufällig, warum ich einen Rucksack, der auf dem Boden... Äh, jetzt ist der Rucksack weg. Der ist ruiniert. Vielleicht geht er deswegen, kann man ihn nicht nehmen. Das kann er auch sein. Ah, okay. So, in welche Richtung wollten wir hier lang, ne? Hier weiter hoch, ja. Schau mal dahinten, ist auf der Straße. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das ist das Auto von eben. Wir wollten, wenn dann links rum, Richtung Stadtinneres. So laufen wir... Oh, wir wollten hier ins Land rein. Oh, wir sehen uns auf den Zombies vorn. Ja, dann hauen wir die halt um. Ja, aber jedes Mal, wenn wir halt angekratzt werden, kostet es das halt unnötig. Hopp, 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 hopp. Aber geht's da Richtung Landesinneres, wo wir langlaufen? Ja, ja, ja. So geil, wie der Zombie an allen erstmal vorbeiläuft und jeder einmal zuschlagen darf. Oh, dieses, wie der so um die Ecke rundt, läuft zwar auch neu, ne? Das hat einen auch. Der hat einen Fokus auf dem hier. Du hast mich gerade erschlagen, ne? Oder zumindest geschlagen. Oh, jetzt ist aber, hier ist aber jemand aktiv. Das war Daniel jetzt gerade mit dem langen Stock, oder? Oh, jetzt gibt's hier eine Kartoffel. Wer braucht eine Kartoffel? Es gibt ein Wasser, das gehört mir. Und es gibt ein Steakmesser. Richtig. Ich hab eine Pistole gefohlen, ich mach mal mit. Ich bin mega ausgerüstet jetzt. Hat jemand sehr Durst, weil... Aber dann gehen wir lieber nochmal zu der... Dings, aber ich muss, glaube ich... Das ist doch gut. Das ist nur, was gut wäre, wenn wir eine Flasche finden würden, wo wir Wasser abfüllen können. Ich hab eine Wasserflasche dabei. Also wenn wir eine aufgefüllt? Nee, also die kann man auch füllen. Warum gibt's im Spiel 9 Millionen Waffen mit 39 unterschiedlichen Munitionstypen? Und nicht einfach nur Pistolenmunition, Gewehrmunition, Shotgunmunition, fertig. Das ist nicht realistisch. So, sind wir alle wieder zusammen hier? Lass mal weiter. Ja. Warte, ich gucke mal. Moment, ich muss gerade noch eine Kartoffel schälen. Die muss man schälen? Zombie? Doch nicht. Das war ich. Wenn du so erratisch rumläufst. Ja, ja. Sorry. Besser als der, der da hinten rumkriecht. Wir gehen jetzt nicht mehr extra zur Pumpe zurück, um die Flasche voll zu machen, oder? Na ja, wir werden jetzt hier eine ganze Weile durch die Gegend laufen, also so schlecht wäre das nicht. Wisst ihr, wo die ist? Wurste eine Pumpe? Ja, ich weiß, wo die ist. Dann führ uns da mal hin. Das ist mal wieder durch die ganze Stadt zurück, ne? Ja, aber wie gesagt, also wassermäßig, ich würde nicht so einen weiten Weg losstarten ohne Wasser. Dann bräuchte ich noch mal eine Flasche, dann bräuchte ich noch mal mehr Flaschen. Also ich habe eine Flasche. Ich habe eine volle und eine leere dabei. Ich habe eine, da ist noch 23 Prozent drin. Ja, aber ist doch gut, dann machen wir die jetzt voll, dann haben wir zumindest getränkemäßig nicht so viele Probleme. Ich habe schon wieder Hunger. Das schält jemand durchsucht hier? Ja, haben wir durchsucht. Oh, das sind ja beides Zombies. Ne, Moment mal, sind das beides Zombies? Warum schlägt er denn nicht zu mit der Axt? Meine Figur schlägt nicht zu mit der Axt. Jetzt schlägt er zu. Warum sind wir nicht mehr, wer ist denn überhaupt jetzt wer? Wo sind denn die anderen? Hä? Ich habe aber nicht beide Hände voll. Und diese beiden Zombies, die mich hier mal voll irgendwie kalt machen. Also wenn ich an euch vorbeirenne vielleicht irgendwie. Sag mal, dann kämpfe ich auch mal mit. Ich, ich, er nimmt nur die, die Verteidigungsposition. Er schlägt nicht zu. Er rechtsklick, drückt halten und dann linksklick. Ja, da hat er sich gerade nur an der Verteidigungsposition gehalten. Also in der, in der Abwehr quasi. Die Abwehr steht nicht. Okay. So, wo ist die Pumpe? Ich möchte jetzt ein bisschen Licht machen. Wieso macht er denn das hier jetzt? Schlägt er zu? Was ist denn das gerade gewesen? Schaut, dass ihr euch irgendwie verbindet, wenn ihr Kratzer hattet. Ist es hier oder was? Woran erkenne ich, ob ich, äh, woran erkenne ich, ob ich Kratzer habe? Unten ist so eine Anzeige mit Kratzer und dann eine Zahl daneben. Nee, habe ich nicht. Dann hast du Glück. Wo seid denn ihr hin? Ich stand hier gerade noch auf der Straße, jetzt seid ihr weg. Hier. Also die Flasche ist jetzt voll, wegen mir können wir auch wieder. Äh, ich hole Fritz. Ich komme auf der Straße, Fritz. Da hinten kommt ein Auto. Komm mal, du hier mit. Siehst du mich? Ach, da vorne, ja. Boah, es ist dunkel. Als wäre es Nacht. So, und jetzt kann man hier... Äh. So, warte mal, jetzt mache ich erst mal... Erst wird gesoffen. Trinken kann man auch direkt, bis der Magen voll ist. Erst mal, äh, das Ding... Aber erst mal weglegen. Also erst mal, äh, wegschütten. Nee, Moment. Leeren. Erst mal Wasser rausleeren. Ach so, man muss die erst ausleeren, nicht, dass da Scheiß drin ist. Ja, also wenn du sie... Genau, nicht, dass da Scheiß drin ist. Genau. Jetzt kann ich erst mal trinken, bis der Hals voll ist. Hopfen und Malz rein in den Hals. So, und jetzt sehe ich hier... Das hier. Nee, Quatsch. Blödsinn. Da kräht ein Hahn, heißt es, dass es bald hell wird? Ich glaube ja. Nee, das heißt, dass ein Hahn in der Nähe ist, den man töten könnte für Futter, für Fleisch. Äh, Flur 1989 fragt uns, ob bald wieder neue GT-Talks kommen. Wir wollten eigentlich ja jetzt noch demnächst einen machen zum Thema, wie haben wir das hier, zehn Jahre überlebt? Antwort lautet, nicht gut. Okay, also ich habe jetzt meine beiden Flaschen gefüllt mit Wasser. Ich trinke jetzt aber hier nochmal, ich weiß noch nicht, ob man da nicht... Sag mal, füllt sich eigentlich das Wasser, das Flaschensymbol, oder ist das ein Symbol, was sich gar nicht ändert? Also so wie bei den Lebenspunkten, ändert sich ja der Füllstand an dem Ding. Doch, das wird eigentlich mehr. Ich drücke dann aus, ich trinke das schon die ganze Zeit und das wird... Nach unten gucken und dann klicken. Da ändert sich dann, da steht dann leeren, wenn du nach unten guckst. So muss man auch so. Jetzt ist mir vom Wasser schlecht geworden. Ja, aber drei Pfeile sind zu viel getrunken. Ja, aber die Anzeige ist nicht hochgegangen. Oder muss man warten, bis das im Magen ankommt? Ne, das dauert, also wenn diese drei Pfeile nach oben sind, bedeutet das, es verändert sich ja jetzt zum Besseren. Da musst du halt kurz mal absetzen. So, jetzt habe ich eine Trinkflasche, die ist voll mit Wasser, das ist doch schon mal sehr schön. Ich tippe mal, man hätte das Trinkwasser nicht mit dem Desinfektionsspray bedienen können, nur um das zu desinfizieren. Die Leute sagen, dass das zu dunkel ist. Ich drehe jetzt die Helligkeit hoch. So. Möchte jemand die Jeans-Hotpants? Das ist aber auch scheiße, das ist zu hell. Das könnte dir so passen. Ach komm, Daniel, die stehen hier, glaube ich. Ja, dann gib her, komm. Ah, jetzt füllt sich die Anzeige hier so ein bisschen, das ist gut. Ach, schau mal, Würmer kriegt man einfach, wenn man sich drückt und den Boden anguckt, dann kriegt man Würmer ausgraben mit einem scharfen Werkzeug. Gut, dann in welcher Richtung ist jetzt... Jetzt, Moment, ich muss erst meine Hotpants anziehen, also bitte. Es ist schon klar, dass dir dann total kalt ist, ne? Die andere war auch nicht besser, aber es ist doch geil. Wie gut aus. Ja, mit Hotthaube kannst du es auch leisten. So, ihr Mann. Das ist so ein Freund. So, gehen wir. Ja, dann. Ich glaube, Sie können auf meinen Kompass gucken. Michi, wollen wir vielleicht Helme tauschen? Ach so, das Visier. Du hast nämlich so ein dunkles Visier auf. Ach so, ja, warte mal, dann lege ich das hier, ups, dann lege ich das ab. Bringt es eigentlich was in den Regen kommen, wenn jemand es so verdunkelt? Hast du abgelegt? Ich nehme deinen Helm und du nimmst meinen Skaterhelm, okay? Jetzt kann jemand meinen Skaterhelm haben. Mach anüber. An sich sind die Helme halt schon sehr gut, ne? Moment, aber dann sehe ich wieder nichts. Scheiße, da gib mir, tu mir mal einen Skaterhelm. Hat jemand noch einen anderen Helm? Ich habe einen Skaterhelm. Ja, dann tu her. Ja, hier war's das Skaterhelm. Hier war's das Skaterhelm. I said to you later, Helm. So, lasst uns weiterziehen, Freunde. So, jetzt bin ich's. Gut, geh mal. Er ist es. Schau mal, kommt ein rotes Auto. Oh nee, es ist ein... Ein Fackel. Fackel, Mann, es ist Axel Schulz. Kann es sein, dass es jemand jetzt gehört hat, von wegen es ist so dunkel auf dem Server und jetzt halt hier eine Lampe hinstellt, damit wir nicht... Das mit dem Licht ist echt Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Ist doch cool, oder? Ja. Ja, total. Danke. Sag das mal, Techland. Schön. Jetzt ist er weg, unser Fackelmann. Cool, ich hatte eine Taschenlast auch da. wie die Crew bei so einer Fernsehsendung. Carry the torch properly holding. Ja, dann ist aber noch eine Notfackel. Warte mal, da hat noch eine Notfackel. Ich nehm diese Fackel jetzt mit. Kann man die in die Hand nehmen? Ja, hallo, keine Bengalos im Stadion, bitte, ne? Ist ja auch kein Stadion hier. Nämlich, Emotionen respektieren. Pass auf, ich nehm uns die mit. So, hier. Ja, gut. Geil. Ich bin der Lichtmann, ich bin der Fackel-Träger. Cool. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die Fackel jetzt... Wollte gerade sagen, dass ich jetzt nicht von der Stimmlage gleich schon hier Münchner Gefühle auslöse. Ist das... Welche Richtung ist das? Ist das die richtige Richtung? Das ist die richtige Richtung, wenn wir in Richtung... Ach, jetzt macht das nicht Spaß, oder? Mein Gott, ist das geil mit dem Licht. Das ist ja echt richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Ja, komm auf meine Seite. Komm auf meine Seite. Ich kann mich nur beherrschen. Ich freu mich genauer. Oh, das ist gut. Das ist gut. Aber die Bäume werden keine Chance. Ganz bei dir. Ich kann mich nur beherrschen, ey. Geil. Zombies, Zombies. Weg da, weg da, weg da. Haut ihn mal tot. Ich kann mich nicht wehren. Ich bin die Lampe, ich bin die Lampe. Haut ihn tot, haut ihn tot. Aber kommt euch... Wie kann man denn noch schnell Sachen wechseln? Das check ich schon nicht. Du legst die unten schnell in die Schnelltasten. Doch. Mach jetzt doch richtig. Was soll ich denn alles allein machen? Ja, doch. Doch, okay. Warum steht hier bei der Tür Gunther? Zwei Türen vorne rechts. Da liegt was drin, irgendwie. Dieses Gunther ist, glaube ich, irgendwas. Oder nee, das Fahrzeug heißt es so. Ach so, das kann man, glaube ich, reparieren. Das sind dann die Autoteile, quasi. Okay, gehen wir mal in Richtung dieses Turms, oder? Ich glaube, da kommen wir weiter ins Land rein. Wir laufen dem wieder... Ja, lauft einfach mal dem Fackelmann hinterher. Seht ihr übrigens da drüben auf der... Guck mal, ich kann da auch irgendwo hinzeigen. Seht ihr da drüben? Genau, diese Kirche. Das Setting ist einfach echt geil, muss man wirklich sagen. Ja, das stimmt, ja. Ist auch komisch, ne, dass ich bislang, dass ich noch kein anderer... Also, es gibt so viele Kopien von diesen... Oh, mir liegt ein Infizierter, da war's dabei. Von diesem Survival-Ding. Aber keiner hat sich so ein bisschen in diese Richtung das genommen. Naja, es gab ja schon... Ich würde mir immer noch so was wünschen dabei. Deswegen bin ich auch so gespannt auf das Blizzard-Survival-Ding. Also, ich brauche tatsächlich schon wieder Fantasy. Aber sowas in, sagen wir mal... Das sind schon wieder hier in der Nähe. Das ist auch so geil, wie die alle um uns rumfahren. Also, dieses... Ne, ich habe nichts zu essen. Oh, hier ist ein Motorradhelm. Warte mal. Aber ist das einer mit Dings-Visier? Oh, guck mal, das ist ein klarer Motorradhelm. Schau mal, hier liegt eine BK... Eine BK-18. Die hat aber auch diese 7,26-39mm-Munition. Ja, haben wir nicht. Brauchen wir nicht mitnehmen, oder? Oder soll man nicht mitnehmen, falls man die Munition findet? Können Sie auch mal mitnehmen. Oh, geil, ich habe dann zwei Waffen auf dem Rücken. Ist ja geil. Cool. Jetzt habe ich meine Orientierung verloren. Wie kommen wir weiter? Achso, einfach hier geradeaus. Das ist echt Truman Show. Immer wenn wir nicht weiterkommen, haben die uns jetzt ein Auto hier hingestellt. Tatsächlich. Kann ich jetzt wie bei Streetfighter das Auto kaputt haben? Leute, hier ist noch mal so eine BK-18. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Hier ist noch mal so ein Gewehr. Ich habe jetzt auch eins von denen dabei. Also ich glaube, so viel Munition finden wir im Leben nicht. Also ich fahre. Finger weg vom Auto. Warte mal, lass mich kurz... Finger weg vom Auto, okay, okay, okay. Ich werde dir von angepackt. Ich habe gar keinen Sound mehr, aber ist egal. Ja, guck doch mal, wie er stärker ist. Weil ich das OB... Die haben ein Omega-Phone dabei, das ist ja geil. Okay, nicht die Crew belästigen. Können wir uns das Auto klauen? Nein, Alter. Don't bite the hands in the feed. Wollen wir gerade sagen, die klauen uns ab. Ja, aber es wäre doch lustig. Du folgst jetzt der Fackel. Komm raus und folgt der Fackel, du Heini, du. Hätte ich nie wieder ein Auto haben können. Das würde überhaupt nicht los, uns das Auto zu klauen. Das ist toll, das ist ja verantwortlich. Und das sogar ohne Sound. Ja. Auto, Mann, ist grad lieber als Fackel, Mann. Das Eingorz anscheinend tatsächlich, ja. Das Auto von Eingorz ist heilig. Ei, 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 okay, okay. Vorsicht, Zombie. So was wie Ulf Poscherts Porsche. Vorsicht. Haut die Zombies, haut sie nieder. Hat er was dabei gehabt? Aber so eine Fackel hält echt lange, ne? Also hätte ich gar nicht gedacht. Nee. Das Wunder ist ja alles, das ist in den Leuten nichts mehr. Ist ja alles abgegrast. In Automännern. Die haben die ganze Spielwelt schon leergeräumt. Und jetzt füttern sie uns an wie so Almosen. Und wir dann abhängig wären. Das ist so geil mit dem Licht. Boah. Da freue ich mich schon auf, weiß ich nicht, Unreal Engine 5, wenn die das mal macht mit Blumen. Mit Blumen? Endlich Blumenschatten. Hier für Sie. Auch noch einen Blumenschatten. Nehmen Sie doch noch. Ja, ein Lichtstrahl. Nehmen Sie. Nehmen Sie immer. Lekt das Sunshine in. Weil jetzt leer. Ah. Aber das ist auch so ein osteuropäisches Spiele-Ding. Mit diesen exzessiven Lichtschatten-Sachen. Das hatte Stalker damals schon. Auch so krass. Metro auch. Das Wasser spielt das nicht auch? Das, ähm. Na, was Michi und ich zusammengespielt haben, ne? Das mit dem Eis? Oder was ist das so? Ja. Cryo Space. Ich glaube, das hatte das auch relativ viel. Das sind halt diese ganzen Spiele, die in erster Linie für PC entwickelt wurden. Und da waren sie dann immer sehr so, ja, scheiß auf Kompromisse, wir packen alles rein. Ist das hier eigentlich gerade Kritik am Bildungssystem, dass es in der Schule absolut nichts gibt, weil zu wenig Kohle dafür da war? Also, wenn wir verglichen mit manch anderen großen Gebäuden stehen ja wenigstens noch Schränke rum und so. Das ist ja... Da kann man sogar noch was lernen an der Tafel. Da sollen wir raus und weiter ins Land. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja, ja, ja. Oh, hier liegt was. Hier liegt ein Schulranzen. Oh, oh. Oh Gott, das ist ja wie in diesem Spiel. Ich hab'n Schulranzen! Guck mal! Von wem hier liegt nix, ey? So. Wo rennen hier alle hin? Warte mal, zwei sind jetzt hier draußen. Wer ist also das mit der blauen Hose, das ist Michi, ne? Ah, nee. Wer ist denn das mit der blauen Hose? Ach, das ist Martin. Ich hab' jetzt nen gelben Helm auf und nen blauen Rucksack. Ich bin wieder hier. Okay, also Daniel ist der Hotpants-Mann und du, Michi ist der gelbe Rucksack-Mann und ich bin der Fack. Der gelbe Helm und der blaue Rucksack. Äh, gelbe Helm, so rum. Stimmt. Okay, pass auf, dann geb' ich jetzt hier die Richtung vor. Folgen dem Fack aufgehen. Wieder was? Sein, dass da hinten schon die Sonne aufgeht. Wie lang dauert denn hier so ein Tag? Kann eigentlich nicht sein. Oh, scheiße, Zombie direkt voraus. Zombie-Oma, Zombie-Oma. Können wir aber umgehen. Gehen dann vorbei. Ich hab' das nicht gesehen. Wir machen nix mit der Zombie-Oma. Wir gehen weiter ins Land. Zombie-Oma kann dir nichts tun, attackiert mich. Oh, scheiße, Zombie-Oma auf dem Kopf. Dann hat sie dich gesehen. Komisch, dass sie dich sieht und mich nicht, weil... Noch ein Zombie... Nee, das ist... Du gehst einfach nach Norden, oder wie? Dieser Zombie hat noch ein Messie. Genau. Du hast einen Kompass, oder? Wollte grad sagen. Sag uns doch mal, wie wir weiter ins Land reinkommen. Also nicht in Norden. Ja, eigentlich in Norden, ne? Wollte dann bitte die Straßen entlang gehen wenigstens schon, oder? Ja, ja, klar. Aber du musst mir sagen, wo lang. Da ist ja die Richtung stimmt, das ist ganz gut so. Ich kann echt kein Spiel, vielleicht noch das erste Ghost Recon, also Breakpoint, ne, nicht Breakpoint, hier ist es, Wildlands, was so ein Gefühl von wirklich realistischer Landgröße vermittelt, so. Das, was einen Kilometer weg ist, einfach mal einen Kilometer weg ist. Aber das ist auch halt was, was moderne Open-World-Spiele verkacken. Sie haben sich so verrannt in der Power-Fantasy, dass du dich schnell bewegen kannst und weit springen kannst und so, dass für dich irgendwann eine große Entfernung keine Bedeutung mehr hat. Das ist keine Arbeit mehr. Und das ist das Geile, finde ich, an der Original-Version von Death Stranding, die sie dann selber torpediert haben mit, hey, hier, Directors Cut mit tausend Sachen, die diese ganzen Distanzen und all diese schwierigen Routen komplett an Absurdum führen, weil du jetzt halt einen Katapult hast. Aber schon allein, also wenn ich jetzt hier den Weg runtergucke, ne, wie hier, wer auch immer da hinten wahrscheinlich Michi rennt, wie ihr halt so in der Dunkelheit verschwindet und man sieht halt eure Schemen vor dem etwas helleren Himmel. Und vorne, also, wie kann ich die ganze Zeit in meinen Helm reinrotze, ey. Achso, bist du erkältet. Ja. Vor allem, wenn du in sowas jetzt hier, und vielleicht auch nochmal, Vorsicht, Tommy, genau, auch nochmal was anderes reinmachen würdest, also irgendwie vielleicht in ein Rollenspiel oder sowas. Ich glaube, Kingdom Come Deliverance hat das auch so ein bisschen. Da kommt noch ein Zombie von links. Kingdom Come Deliverance ist super in der Hinsicht. Also auch mit den Entfernungen so ein bisschen, nicht ganz so weit, aber Vorsicht hinter dir. Aber meint ihr, das kommt, ja gut, stimmt eigentlich, bei Origins zum Beispiel, ähm, Assassin's Creed Origins, da dachte man sich auch so, oh Gott, dieses riesige Ägypten, das ist ja auch echt groß. Aber du hast halt nie das Gefühl, dass du vor einer wirklich tiefen, weiten Wüste stehst. Vorsicht, da auf der Straße sind noch zwei Zombies. Weil nach drei Metern halt sofort auch wieder irgendwas ist. Ja, guck mal in das Haus hier rein. Vorsicht, ich komme ins Haus rein. Scheiße, 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 im Haus sind zwei Zombies, im Haus sind zwei Zombies. Kling, dann komme ich hier hin. Wo seid denn ihr, wo seid denn ihr, wo seid denn ihr? Oh, in dem Haus. Ja, in ein anderes Haus rein, haben wir die Tür zugemacht. Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zurück. Okay, okay, ich komm. Ich hab eine rohe Kartoffelmater. Wie lange hält denn diese Fackel? Ich hab auch ziemlich Hunger langsam schon. Wie lange hält denn diese Fackel? Ja, da müssen wir halt mehr suchen. Ich glaube mal im Kreis, dass die ein bisschen irritiert sind von mir, dass du sie hauen kannst. Ah, okay, einen hast du schon mal bestanden. Achso, der greift dich jetzt an, vorsichtig hinter dir. Oh, jetzt wunderbar, ich meine, mich verbinden eben. Kriegt ihr die hin, die Zombies? Die sind schon weg. Okay. Wollen wir die Straße dann weiter? Warte, ich will noch das eine Haus hier noch angucken, ob ihr noch was zu essen ist, weil ihr so Hunger habt. Hier ist noch ein Haus. Hier ist eine Bratpfanne. Ist das eine geile Nahkampfwaffe oder was? Ja, aber vielleicht kann ich auch. Oh, muss man hier schälen? Man kann nicht einfach essen, oder? Ja, aber ich habe ein Messer. Hier ist ein Ofen, da könnte man vielleicht die Bratpfanne draufstellen und die Kartoffel braten. Ich bringe mal die. Man müsste es erst mal Holz reinmachen und Feuer machen können. Ich habe ja die Angel von Martin von vorher noch, ne? Ich muss die Kartoffel schälen, Martin. Und wenn wir die Pfanne haben, dann können wir hier vielleicht Bratkartoffeln machen. Oh, der Mond ist aufgegangen. Haben wir denn die Bratpfanne dabei? Ja, ich bin hier gerade am einsammeln. Ich kann die Ofen-Kartoffel machen. Ich kriege immer wieder auf den Schäden mal für mich. Wegen der Angel. Also, da brauchen wir ja eigentlich nur einen Wurm vorne dran machen, oder? Ein Hühnchen, so ein Hahn. Und einen Wurm kriegst du ja einfach, wenn du mit dem Messer auf dem Boden haust. Wie lange hält denn diese Fackel? Das ist ja irre. Hast du nicht unten eine Anzeige, wenn du in der Quick... Ach ja doch, auch die ist gerade erst kurz hinter der Hälfte. So, die geschälte Kartoffel liegt jetzt auf dem Boden. Ich habe hier noch zweimal Kürbisscheiben, die man essen kann. Kann ich essen, aber das ist eine gute Idee. Lecker, zweimal Kürbisscheiben. Lecker. Also hier steht die Kartoffel roh. Ich würde die ganz gerne zubereiten. So roh ist wahrscheinlich nicht so gut. Hat einer von euch einen CR75-Baffe? Nee. Wo ist denn die... Jemand hat auch eine Pfanne gehabt, dachte ich. Nee. Ich habe eine Pfanne. Nee. CR75 habe ich nicht. Wo ist denn jetzt die Pfanne? Wie viele fucking Munitionstypen kann es in diesem Spiel geben? Wo ist die Pfanne? Ich komme zu euch. Mann, geh mal bitte. Wo seid ihr? Ganz vorne in dem Haus, oder? Da, wo es leuchtet. Da, wo der Fackelmann ist. Ich komme. Es kommt schon wieder das Auto. Ich habe auch Streichhölzer. Ich weiß nicht, wie das... Also wer will die Pfanne? Zeig mal die Pfanne da auf den Herd. Die Notcrew kommt. Hallo, Notcrew. Ich wollte eigentlich winken. Pfanne liegt. Ach nee, das ist jemand anders, der hier kommt. Der hatte mich vorhin, glaube ich, gefangen. Kann ich aber nicht. Das ist mit dem... Sie sind auch irre ausgerüstet. Der hat einen Nachtsichthelm auf und solche Sachen. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe hier noch... Wer von euch hat denn dringend Hunger? Hier. Warte mal. Bei mir geht's. Ist alles okay. Ich lege euch jetzt auf den Boden. Ich habe bald Hunger. Diese Pfirs... Äh, doch, die Kürbisdinger. Die Kürbischeiben makellos getrocknet. Ich muss die Bratpanne wieder ablegen. Die kann dann wer anders nehmen. Ja. Nimm mal einer die Kürbisscheiben hier noch, wer noch am Anfang an ist. Was ist noch mehr? Ich habe eine genommen. Ich erst mal eine. Ah, nee, kann ich nicht, weil ich habe die Fackeln in der Hand. Mach ich, wenn ich verbrauche. Da muss man, glaube ich, erst Feuer machen und dann kann man die Pfanne da drauf. Ja, also ich habe Streichhölz, aber kein Holz. Holz kannst du aber mit der, äh, mit der Axt dir, äh, Holz kann ich uns besorgen. Warte. Ich schlage uns ein bisschen Holz. Wie der Spitzhacke den Baum gefällt. Also Holz müsste ich, Holz müsste ich eigentlich hier, warte mal, ich belege jetzt mal die Fackel auf den Boden. Da müsste ich aber eigentlich Holz hier hacken können. Ich meine, wofür habe ich einen Beil dabei? Vorsicht. Baum fällt, fällt gleich. Das ist mehr als, ah, jetzt. Baum gefallen. Man kann mir der wirklich zuschlagen, ist ja geil. Wenn, äh, wenn, wenn das Fallout 76 sieht, dass man einen Baum fällen kann. Baum schneiden, warte. Äh, jetzt ist hier, glaube ich, Gebüsch. Kann ich jetzt auch noch. Ich glaube, da, wo der Stöck war, hier, Brennholz. Ah ja. Aber das ist halt nicht so echt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt. Die Stöcke sind, glaube ich, Schauen, ob wir den Ofen ankriegen. Die Stöcke habe ich, äh, glaube ich, gemacht, als ich das, als ich diesen Bus, diesen Busch, Ah, da ist wieder der unheimliche Feuerwehrmann. Bringt ihn rum. Ja, genau. Bringt ihn um. Alter, wie dunkel das ist, wenn du keine, wenn du kein Licht hast. Das ist der Wahnsinn. Das ist die Streichhölzer. Das war ja bei Dying Light 1 auch so geil. Da war ja wirklich Nacht, Nacht. Räuchern sich. Das war ja richtig dunkel. Schau mal jetzt hier. Räuch, schau. So, man kann jetzt, um die Umgebung. Man kann doch irgendwie jetzt hier, das, eben konnte man das, was nutzen. Ich nehme jetzt mal die Hand. Oh, Leute. Das Licht von drinnen leuchtet sogar draußen raus und leuchtet einen dann an. So, ich habe jetzt, ähm, Kreibstoff da reingetan. Treibstoff? Da sage ich auch mal lieber in Deckung. Schau mal, ich habe Marienfels. Ich habe Marienfels. Das ist aber kein Anzündholz. Sie brauchen Lumpen, Bandagen, Papier oder Rinde als Anzündholz. Warte, ich habe Lumpen. Ich kann dir, ich lege mal Lumpen auf den Boden. Ich bin mit nur Lumpen unterwegs. Hier, da hast du. Das ist die Reality-Show aller Zeiten. Das ist die Lumpen auf dem Boden. Stofffelsen. Die sind nicht mal Holz anzünden können. Ja, nee, jetzt kriegen wir alles hin. Aber dafür habe ich einen Marienkäfer auf meinem Rucksack drauf. Schau mal. Ja, sehr schön. Schön, ne? Stofffetzen. Wenn man bedenkt, dass das Kind dazu jetzt schon ein Zombie ist. Sieht den Stofffetzen? Ich habe noch gute Streifen. Also damit kann man normalerweise ein Feuer anmachen. Ja, okay, haben wir. So, kochen. So, dann kann ich jetzt die Kartoffel bestimmt kochen. Okay, so Lagerfeuer, Treibstoff haben wir. Das ist geil, bis wir das haben, sind wir verhungert. Fräuchern. Vor allen Dingen, um eine Kartoffel zu machen. Wir alle keine Modulation haben, aber eine Kartoffel. So ein Mexican-Standard. Wie machen wir das an? Wie creepy das aussieht. Das ist schon wieder Angst. Das Geile ist, ich habe sogar noch eine zweite Fackel dabei. Geil. Das ist super, ey. Ja. Aber der knistert schon. Sven-Sven-Apfel schreibt, wir können ja jetzt heiße Kartoffeln spielen. 60 Grad, die Kartoffel. Weil sie ist noch roh, aber. Oh Gott, hier stehen alle da draußen. Etwa 90 Grad hat die Kartoffel. Das ist ja so, wenn man da beobachtet. Etwa 100 Grad, eine geschildene Kartoffel. Diese haben die Lieds. Kennt ihr diese Black Mirror Folge? Hier ist die White Bear. Wo diese eine Frau aufwacht in dieser Stadt und alle filmen sie mit dem Handy. Und es sind aber ein paar so Leute unterwegs, die so The Purge-mäßig gekleidet sind und sie verfolgen. Genau so ist es, weil wir dann auch nämlich draußen alle so zusammengeschusterte Rüstungen aus so Feuerwehrhelmen und so und Gesichtsmasken und sowas haben. Cool, das war jetzt auch mal. eine Kartoffel. Jetzt habe ich es mit reingetan. Die Kartoffel ist verbrannt. Die Kartoffel ist verbrannt. Nein. Nein! Nein! Wir hatten eine Kartoffel, Mann! Das war unsere einzige Kartoffel. Ich habe die, die ich jetzt essen kann. Warte, stopp, jetzt. Kartoffel. Die kann ja nicht so schnell verbrennen. Die ist die verbrannte Kartoffel. Kein Ding. Wieso kriegst du eigentlich jetzt die Kartoffel? Du hast sie verbrannt. Stetiger Puls. Das war aber nicht realistisch jetzt hier. Ja, das war doch hervorragend. Ich kann auch die, ich will noch, ich will noch die Kürbisscheiben rüsten, äh, räuchern. Wie geht ein Mann mit einem Rüstgerät, der noch irgendwas vorhat? Oh, du hast, hast du die Kartoffel raufgelegt jetzt noch, Daniel? Ich habe meine Kartoffel, die koche ich gerade, ja. Okay. Rüstet, rüstet euch. Kürbisscheiben räuchern. Und jetzt ist etwa 100 Grad, ist die Kartoffel dann. Ja, noch ein bisschen. Jetzt sind die noch roh, steht ja da rechts. Und dann? Wer rüstet, der rostet. Wer Kürbisscheiben rostet. Wieso habe ich eigentlich so eine Schienmaske auch seit wann? Ja, da wird es ja nicht. Gebacken. Jetzt sind die fertig gebacken, bevor sie verpredigt sind. Boah, endlich haben wir was gebacken bekommen, ey. Wie ich jetzt meine Kartoffel, schaut zu. Ich brauche ihm die Fahne über den Kopf, Michi. Ist du jetzt die Kartoffel alleine? Wenn ich sie nicht abkann, dann soll sie keiner haben. Ist die Kohle. So, dafür, also wir standen jetzt die ganze Zeit dafür rum, dass einer von uns... Watch me, wie ich meine... Oh, jetzt ist die Fackel ausgegangen. Ich habe eine Taschenlampe. Aber wie geil ist denn das? Sogar das Feuer von dem Dings wirft... Seht ihr das an der Wand da? Sogar das Feuer von dem Kamin wirft Licht. Aber dann gehen wir jetzt, oder? Alter, ey, wenn das... Ich räuchte gerade noch den Kürbis. Das geht auch noch? Der Marine, ey. Da vergeht ein ganzes Küchenleben. Aber wenn die Engine diese Sachen jetzt schon kann, ey, da freue ich mich... Ich freue mich echt auf die neue Engine. Die haben sie jetzt kurz vor Weihnachten haben sie die angeteasert. Die neue Bohemia Engine haben sie ja kurz angeteasert. Sie sieht echt cool aus. Ich bin gespannt. Rainer Zupersack, wir bekommen nichts gebacken. Kartoffelkult ist das noch. So, soll man dann weiter? Soll ich uns eine Fackel anzünden? Moment mal, wie haben die uns denn... Erstens, wieso habe ich eine Skimaske auf? Du hast auch mit dem Kletten-Baddy-Armor und so Zeug an. Ach so. Ja, das weiß ich schon. Meine Hotline. Das weiß ich schon. Aber irgendeine... Jetzt, Moment, 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 Moment. Irgendjemand hat das heimlich mit Medikamenten versorgt und jetzt frage ich mich natürlich, wer hat denn Medikamente rein und wo? Und was hat das mit meinem Hotline zu tun? Ja, Daniel, du hast genau die richtigen Leute angezogen. Ich will hier nicht. So, wir gehen jetzt den Weg weiter. Die Straße weiter? Ja. Das macht richtig Spaß. Warum habe ich denn jetzt so ein Symbol? Was heißt denn dieses Pillen-Symbol? Das sieht so aus wie so eine halbe Pille. Das habe ich jetzt auch. Eine Kapsel. Nein, ich habe so eine Kapsel. Ihr habt Antibiotika bekommen oder Medikamente, die eure Erkältung quasi im Zaun haben. Oh, das ist eine Infektatur. Irgendwann vorbeigekommen. Ja, das ist schon vergegen unseren Willen. Mit DNA-Experiment. Aber ich hatte auch tatsächlich eine Erkältung. Also ich habe hier so ein kleines Erkältungssymbol drin gehabt. Das ist echt krass. Ich war kerngesund. Jetzt hat mir jemand hier seinen Pharma-Scheus reingesucht. Geil, dieses an so einer Landsstraße langlaufen. Ja. Das ist echt krass. Das letzte Mal hatte ich sowas bei dem Generation Zero. Das konnte das auch so ein bisschen. Also jetzt fehlen eigentlich echt nur noch die Farbe da aus Generation Zero. Und dann wie so eine Nachtwanderung, oder? Ja. Geht's auf Bikes. Total cool. Das fehlt halt nur noch, dass man sich erst freut, wenn man die Fackel tragen darf. Und hinterher merkt man, dass man sich den ganzen Arm voll gewachst hat. Ja, ja. Gewachst. Gewachst, genau. Komm, wir nehmen hier den Weg zur Seite. Wir gehen, es ist abenteuerlicher. Off the beaten track. So, wo wir hinwollen. Da geht's ins Hexenhaus. Ja, ins Landesinnere. Wollen wir. Das ist echt, also auch dieses typische, wenn du eine Fackel hast, dass du halt keine fünf Meter dann dahinter hast, ist alles noch dunkler, weil sich die Augen halt auch nicht dran gewöhnen. Also wenn man das ausmacht, siehst du ja nach einer Weile mehr. Warte, hier ist ein Kanal, da ist bestimmt Gaddafi drin. Das ist, glaube ich, nur so eine Unterschriftung. Was ist das denn? Daffi? Gaddafi-Dark, ja. Gaddafi-Dark. Gaddafi-Dark, Alter. Gaddafi-Dark ist der um die liebte Entendiktator. Aber welches Spiel das übrigens auch hatte, dass diese Nächte so cool wirkten und auch zum Beispiel wie so das Mondlicht, das wirkt ja so, als würde das Mondlicht über dem Hügel quasi so rüberscheinen. Und vorne ist natürlich alles dunkel. Was das auch hatte und richtig gut gemacht hat, war Dragon's Dogma. Ja, da sahen die Nächte auch total gut aus, weil der Mond quasi tatsächlich nicht einfach überall auf die Landschaft gleich rauf geschienen hat, sondern nur, also wenn der hinter dem Berg war, dann schien der so rüber. Und das sah so realistisch aus. Der Hammer. Da bin ich echt sehr spannend, was wir mit der neuen Engine machen, wenn das jetzt schon so cool ist. Was ist hier, wo wir überhaupt hinlaufen? Wir laufen jetzt hier der Stromtrasse entlang. Irgendwo führt uns die hin? Was kann denn daran falsch sein? Das wirst du dann sehen. Das können wir dir jetzt noch nicht verraten, weil dann ist ja die Überraschung hin. Vielleicht ist ja am Ende irgendwas Elektrisches. Ein Regenbogen. So wie ein Flughafen. Aber da ist dann gar nicht mehr so viel Zombie-Action oder wie im freien Land. Ist das noch ein Helm? Warum sollen jetzt hier so viele Zombies rumstehen? Hier ist ja nichts. Obwohl bei Walking Dead stehen die ja auch manchmal einfach so rum. Also ohne unsere Helfer hätten wir keine Chance gehabt. Aber ich finde jetzt gerade, wenn man sich so ein bisschen eingroovt, ist das schon echt ganz cool. Es wäre schön, wenn wir wenigstens eine Patrone hätten für eine von den Waffen. Haben wir ja. Die passt halt in nichts rein. Das Wichtige ist, falls wir irgendjemandem begegnen, der nicht nach Freund aussieht, einfach alle Waffen zücken und auf ihn richten und hoffen, dass der Bluff nicht überprüft wird. Genau. Aber auch wie das Licht so, also klar sind die Bäume noch so ein bisschen als Modelle bis zum Rudel. Du hast Junggesellenabschieden. Aber wie das Licht da reinfällt, ist schon echt irre, oder? Also es ist absolut irre. Wahnsinn, ja. Absoluter Wahnsinn. Ja. Das Lustige ist, kennt ihr das, wenn man, wenn irgendeine, ich hab das ja bei Red Dead 1 damals, immer wenn nach dem Gewitter dann hinten die Wolken so waren, wie sie halt in echt auch nach dem Gewitter sind. Ich hab jetzt hier so ein bisschen das Gefühl, als würde man genau merken, welche Temperatur die Luft hat. Oh, Decept hat gerade fünf Abos der Stufe 1 an die Community verständlich. Nämlich viel kälter als das Ausstieg. Oh, vielen Dank. Was ist das Ziel des Spiels, ja? Puh. Überleben. Freundschaft. Überleben. Aber ja, das wäre noch cool, wenn noch ein bisschen so Wetter noch reinkommt. Also ich glaube, es gibt schon Wetter in dem Spiel. Es gibt Wetter, es regnet doch auch und so. Stimmt, es hat vorhin mal geregnet, ja. Naja, also das ist ja, hat ja auch Auswirkungen, wenn man damit schneller krank wird, tatsächlich. Aber wie lange dauert hier so eine Nacht? Ich würde so gerne noch einen Sonnenaufgang sehen. Das sehen wir heute hier. Hier, in 300 Meter ist was. Na, da laufen wir doch dann mal hin. Was, das Wetter ist, die Uhrzeit ist Echtzeit. Das heißt, es wird gar nicht mehr hell werden. Richtig. Scheiße. Entschuldigung. 100 Meter. Hätten wir mehr so einen Nachtserver nehmen sollen, oder? Dann wären wir in den Tag reingekommen. Ja, oder Nachtzug. Nein. Mal reinfahren können. Aber ich finde es von, dann hättet ihr viel weniger zu staunen gehabt, was das Licht angeht. Das stimmt, ja. Ja, außer wenn wir nachts angefangen hätten. Jetzt wollen wir mal reinschauen. Schlafen und so muss man aber nicht, ne? Hier ist noch ein Motorradhelm, falls jemand noch sich motorradisieren will. Scheiße, dass diese ganzen Dings-Jacke, hier ist dein Hotpants, Daniel. Stimmt. Ich glaube, die sind scheiß isoliert. Ja, aber hallo, du hast auch eine Jeans-Jacke dazu anziehen. Ja, ich habe vor allem nur ein T-Shirt drunter. Ja, siehst du? Jetzt. Ja, guck mal. Dings-Jacke und Dings-Hotpants. Das ist übrigens auch total geil. Seht ihr das mit den unterschiedlichen Farben? Je nachdem, wie man steht, wie sich das Licht auch von den unterschiedlichen Farbquellen ändert. Ja, von den Knicks auch, ja. Das ist krass. Ich trinke jetzt mal einen Schluck aus dem Wasser. Ich bräuchte demnächst nochmal wieder was zu essen, tatsächlich. Ja, ich auch so langsam. Aber ich glaube, da müssen wir den Weg weiter. Ich gehe wieder raus und gehe den Weg weiter. Wo ist denn der Weg? Wo ist denn der Weg? Wo war denn der Weg? Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Ach, hier ist der Weg. Hier ist der Weg. Moment mal. Nee, das ist doch die Straße. Hä? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Wir waren doch vorher auf dem Waldweg. Jetzt sind wir auf der Straße. Wahrscheinlich sind wir einmal so rum. Laufen wir parallel. Ja. Nachtwanderung geht weiter. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ich habe schon Kompass geguckt. Alles Norden. Die Himmelsrichtungsanzeige. Wo wollen wir eigentlich hin? Danke an Classic Jurassic für dein Prime-Abo. Außerdem Dankeschön an Hawkeye, der uns schon im zweiten Monat abonniert. Und an jan-db316 fürs Prime-Abo schon im achten Monat. Das ist ja bald soweit. Wollte gerade sagen. Und nick1991d auch schon fünf Monate mit Prime abonniert. Und es gucken gerade 450 Leute. Dankeschön. So cool. Falls ihr euch fragt, warum wir so ein altes Spiel spielen, weil wir alte Leute sind und zehn Jahre und diesen Kanal schon haben. Und das hier eines unserer prägendsten Let's Play-Erlebnisse damals war. Deswegen gucken wir da noch mal rein, was? Wo denn? Ich brauche den in die Bratpfanne. Jetzt gibt es Bratpfanne-Action. Wo? Wo? Ich habe ihn gerade schon. Ich höre noch was. Kommt noch einer. Da kommt einer auf dich zu. Sehr gut. Haben sie was dabei? Vielleicht hier, wir haben sie aus dem Zelt. Vielleicht ist hier Zeug drin. Hier ist ein Klo. Ich check mal, das Zelt. Ist nichts drin, oder? Nee. Ich check mal das andere Zelt, schnell. Päuschen. Ich schon, da ist auch nichts drin. Neben Auto. Auch nichts, oder? Hier geht's nach... Warte mal. Warte mal, das ist ein Tapo. Da heißt es, geht's rechts rum. In zwei Kilometern. Ja, da wollen wir nicht hin. Wo ist denn das ungefähr? Wollen wir hin? Von wo sind wir denn hoch? Wir sind aus Elektro... Wir sind jetzt... Ja, dann gehen wir da hin. Das sind zwei Kilometer. Da ist die nächste Ortschaft. Aber dann weiß ich zum Beispiel gar nicht, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Wir sind da, wo diese roten Zelte sind, nördlich von diesem Wasserreservoir. Ah, ja, ja, ja. Da gehen wir jetzt rechts die gelbe Straße hin. Oh, Licht. Au, Zombie. Hinter dir. Dann hält den die Fackeln noch. Äh, ist jetzt bei der Hälfte. Gut. Wird, bist du noch mehr? Die war doch vorher schon... Ja, ich hatte noch eine zweite. Also, aber dann ist auch Schluss. Der hat einen, äh... Ja, aber ist auch ruiniert. Kann man sich bitte nennen. Und Barrette. Er hat... Aber das ist nur demoliert. Das. Da geht noch was. Ich kenn mich da aus. Wollte grad sagen. Mein Leben ist ruiniert, aber ich bin nur demoliert. Hier kann man sich eine ADA 4x4 Hecktür 15 Kilo mitnehmen. Oh, ich bin, äh... Ich bin von jedem, äh... Zombies. Ich kann nicht mehr rennen. Also, schau mal. Selbst durch die Schnitze geht das durch. Das ist ja der Wahnsinn. Die DASI-Experten in unserem Chat mal die Frage, wie... Hier ist irgendwo ein Zombie noch. Wo seid denn ihr? Gelber Helm. Gelber Helm, Käpt'n. Wie, äh... Wie spielt man das denn dann auf Dauer? Also, wenn ich hier 900 Stunden reinstecke, dann... Du baust dir halt eine Gesellschaft quasi auf. Dann sammel ich dann immer mehr Zeug. Oh, hat jemand einen Verband für mich? Weil sonst blut ich. Ich hab... Nee, hab ich nicht. Ich hab die Stofffetzen ja weggegeben. Ach doch, ich hab einen Verband. Warte mal da, Anja. Komm mal her. Man kann nicht direkt Sachen übergeben, ne? Ich leg das mal auf den Boden. Du kannst ihn aber, glaub ich, verbinden. Ich weiß noch nicht. Das hat nämlich vorhin einer bei mir gemacht. Entschuldigung. Das ist... Das braucht man heutzutage nicht mehr. Das macht das Handy von alleine. Ich verbinde. Im Chat heißt... Also, ich mach... Äh... Die Javi schreibt, man kann sich auch eine Basis bauen. Man kann da auch... Basis mit Türmen und Mauern. Man kann da auch sich eine Basis craften, okay. Gehen wir weiter? Ja. Ich glaub, ich fall bald um. Wieso? Ich... Dann komm jetzt nicht vor. Ich hab mein... Mein Kreuz blinkt. Ist leer und blinkt. Oh, dann bist du tatsächlich tot. Das ist doch tot. Aber hast du was zu essen? So bist du? Ich hab nichts zu essen. Hab ich leider auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab Wasser. Ich könnte dich mit desinfizierspray voll spritzen. Aber blutest du? Kann ich die verbinden? Ich blute nicht. Ich glaub, das ist durch den Hunger, dass die Lebenspunkte weggehen. Ja, ich hab auch. Und da hat... Ich glaub, der Zombie hat mir welche weggehauen. Und jetzt macht der Hunger. Das ist eine Kartoffel. Je, oh Gott, wenn er uns jetzt hier auf der Landstraße verreckt. Aber der Hummelchen so gucken. Er läuft ja schon so langsam. Ich war ja vorhin im Opa-Modus, ne? Also, das wird noch langsamer, noch schlimmer. Ich glaub, bald ist es vorbei mit dem. Au, Junge. Röchten wir das mobile Notarztkommando. Na. Das Geile ist, dass wir ihn danach looten können, ne? Ich geh endlich mal in den Vorschlagkammern zurück. Wie die Geier nebenherlaufen. Hallo. Da, lecker, lecker. Das ist ja. Du warst in der zweiten Generation. Du bist doch gerade über meinen Fuß gestolpert. Na, sowas. Du trägst schon von meinem vorher. Komm schon, komm. Hörst du da bei dir warte fest und sagst, lass mich zurück. Weil du blutgestolpert bist. Wie bei Revenant. Ja, vor allem der nächste Ort ist echt noch weit weg. Das ist noch eineinhalb Kilometer, Martin. Jetzt komm ich schon. Gib mal ein bisschen Gas. Habt ihr Revenant gesehen? Ja. Ja, ich erinnere mich. Das ist auch, da wartet er auch nur drauf, dass der endlich stört. Wahrscheinlich, aber er liegt schon. Er liegt schon. Er ist hingefallen. Nee, ganz ruhig. Achso. Ich kann noch gehen. Was für eine Freude. Er liegt schon. Das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Wie schade, dass er hingefallen ist. Läuft dem Licht. Lauf aufs Licht zu, Martin. Stimmt. Lauf aufs Licht zu. Aha, jetzt schlägt er schon. Guck mal, jetzt wird er schon wahnsinnig hier. Hier ist Johnny. Lauf aufs Licht, ihr Schweine. Ich nehm deinen Hammer. Alter, wie geil dunkel diese Spielwelt. Das ist der Wahnsinn. Schaut mal in den Wald rein. Das ist halt wirklich. Das ist halt echt. Ich nehm euch mit ins Grab. Kommt her. Das macht es bestimmt besser, wenn du dich jetzt noch vorausgabst. Was ist einer von euch? Nee, ich hab noch keine Munition. Dann machen wir vielleicht das Licht aus. Das war ich. Echt oder was? Ja. Hast du Munition? Schuss, ja. Dafür reicht es. Das fällt dir jetzt ein, so zu sagen. Achso, wir haben Munition dabei? Hätten wir uns doch ein Tier schießen können, um das Fleisch zu essen. Die ganze Zeit, klar war mir rum, hat einer 22 irgendwas Munition. Ich hab mal gefragt, hat jemand 30, 380 ACP. Und du hast gesagt, ja. Dann hast du die auf den Boden gelegt und ich hab sie in meine Pistole eingebaut. Ach stimmt. Aber hättest du ja nochmal uns daran erinnern können, dass du eine Waffe dabei hast. Dann hätten wir ja hier in den Wald reingehen können und was jagen können. Ja, aber ich sehe... Hast du dich schon infiziert oder schlägt dir aus Laune und Kompass? Magst du eine verfaulte Tomate, Martin, vielleicht? Ja. Du hast auch was zu essen dabei? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die ist verfault, da wird man krank davon. Eine Pepsi hab ich auch noch. Ja, aber ein bisschen krank werden ist doch besser als... In absteigender Qualität. Eine verfaulte Banane und eine Pepsi. Was wollt ihr denn haben? Nehmt euch halt den Scheiß. Die Pepsi fickt ihr nicht. Das ist auch so geil, so dieses... Ja, was ist eine Pepsi? Das ist keine Coke. Da sterbe ich lieber. Vielleicht ist es ja New Coke. Ich bin gespannt auf die Fakke. Aber es hat echt sowas von... Einfach so eine Nachtwanderung. So auch die Gespräche und so. Das war gut. Pepsi schlagt sich tot. Einer, der schon nicht mehr kann und fast stirbt. Das wäre ich. So weit. Apropos, bei dieser Gelegenheit könnte ich ja mal meinen Traum von letzter Nacht erzählen. Also aufgepasst. Fritz, du hast in Gran Canaria gewohnt, was ganz cool war. Cool. Aus steuerlichen Gründen. Weiß ich nicht. Und dann hast du uns noch so eine Spritztour mitgenommen, allerdings mit einem Boot auf dem Land. Also das war wie ein Auto, nur dass es gleichzeitig ein Ruderboot war. Und wir saßen da so auf der Kante. Sind wir bei Fahr. Das war ganz cool. Und du hattest zwei Kinder. Die waren beide ungefähr zehn, waren Geschwister, waren aber keine Zwillinge, waren aber auch zu nah beieinander vom Alter, als dass sie hätten keine... Also aus unterschiedlichen Ehen quasi. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, wieso erfahren wir jetzt erst nach zehn Jahren, dass du zwei Kinder hast. Die waren beide auch echt ganz cool, also Junge und Mädchen. Und ich habe mir gedacht so, Wand zum Geier sind Kinder groß. Das wäre sogar eine Zeit dafür. Ey, es würde aber genau reinpassen, dass plötzlich einfach bei dir hinten so Kinder durchs Bild laufen. Ja stimmt, da habe ich vergessen, euch zu sagen. Das ist hier ein Steg. Sollen wir auf ein paar Fische schießen? Aber ich könnte... Nee, warte mal, habe ich hier jetzt einen Köder? Ich hatte keine Zeit, mich um die Kinder zu kümmern. Ich musste was spielen. Ja, aber dafür waren sie echt ganz cool. Martin, wir sind ja noch da, gell? Ich danke schon mal. Ja, aber er läuft ja in den nächsten Ort, vielleicht schafft er es ja. Ich würde schon über ihn reden, wie so ein... Ja, ja, der war da früher mal dabei, aber... Nee, nee. Das Leiche liegt 200 Meter vorm Ort. Ist auch wirklich... Er läuft halt auch so wie Forrest Gump, nachdem er schon durchs ganze Land gerannt ist. Lauf, Martin, lauf. Komm schon, komm schon. Auch diese Baseball-Kappe auf. Ja, ist so geil. Wie es mir wird immer atmen. Weil das Geile ist, wie man... Wenn man geht, also man muss ja nicht immer rennen, wenn man Steuerung drückt, dann geht man ja, ne? Wie man mehr oder weniger fast genauso schnell geht, wie er da jetzt rennt. Wie er sich noch so putzig an seinem Leuchtstab festhält. Erst wenn der erloschen ist, dann bin ich tot. Ich frage ihn, dass er den Staffelstart nicht übergeben will. Noch nicht, noch nicht. Get do it. Ich trage ihn noch. Jetzt müsste noch einer neben ihm herlaufen und mit dem irgendwas ins Ohr brüllen, wie so ein total übermotivierter... Jetzt los, du schaffst es los. Mach weiter. Der größte Gegner bist du selbst. Beat yesterday, Mann. Aber ich würde mal voll interessieren, wie viele von diesen Lichtquellen die Engine darstellen kann. Weil es sind ja hier schon drei. Also ab wann er quasi aufhört, die Schatten darzustellen. Für jedes von den Dingern. Das wäre ja wahr. Ich wette, das geht eine ganze Weile. Das habe ich nicht erwartet. Was? Dann hau mal richtig drauf, ob das fährt. Ja, hau mal auf die Hände. Oh Mann. So kann man den Puls prüfen. Oh Gott. Oh ja, Prüfer, Impuls. Stetiger Puls. Aber stetig, aber auf welchem Niveau ist die Frage. Oh Gott, ist das geil. Das ist traurig. Wurde schon rausgegenut, wenn ich Schuhe bekomme. Das ist jetzt noch im Wald. Das ist jetzt noch im Wald. Scheiße, der Feuerwehrmann sitzt im Wald. Oh fuck ey. Scheiße ey. Echt wie Nachtwanderung. Streichhölzer sind zu schwer. Was denn? Bei Last abwerfen. Du stirbst doch eh gleich. Hier, ich werfe bei Last ab. Schau. Wie langsam er jetzt läuft. Ich habe den Hammer liegen lassen. Ich kann nicht mehr. Irgendwo hier muss das Auto sein. Stimmt. Eigentlich müssten die uns doch in... Können die uns nicht ins Krankenhaus bringen? Oder du bist Martin? Ich schaffe das alleine. Ich schaffe das alleine. Ich esse jetzt erstmal meine Kartoffeln. Was? Schönen Sneakers rauszuholen. Weit ist es nicht mehr. Oh, der ist aufgefallen. Weit ist es nicht mehr. Ist der schon tot? Oh Gott. Aber kann man ihn jetzt noch wiederbeleben? Oder kann man noch was machen? Oder was? Ach, das ist der Leuchtstab. Ich habe zu dir deine Lebensenergie. Aber der Leuchtstab. Was hat er dabei? Warte mal, eine Schutzweste. Die Schutzweste nehme ich aber. Oh, sehr gut isolierte Schuhe. Oh nein! LL Cool J ist beim Stageteifen von niemandem aufgefangen worden. Und jemand hat ihm seine... Nee, das war Coolio. Ach, Coolio. Und jemand hat ihm seine Schuhe gestohlen. War es nicht gesetzt? Nobody caught him and his shoes were stoned. So, braucht noch jemand was von dem Loot? Oh, scheiße, die Fackel geht gerade aus. Merkt ihr jetzt, wie die dunkler wird? Ich habe ja jetzt selber eine, pass. Ach, schau mal, die ist auch gar keine Lichtquelle mehr. Deshalb ist es so dunkel. Die macht kein Licht mehr. Also wir könnten entweder hiermit weitermachen, aber ich habe noch was Besseres. Jetzt passt mal auf. Jetzt holt er ein Auto raus. Jetzt kommt halt irgendwie so ein Lunch-Paket oder so. Hinter dir bewegt sich was. Hinter wem? Hinter Daniel. Oh, das ist ja geil! Dass auch die so... Also, dass die Schatten wirft von den Sachen seitlich, ne? Ja, jetzt regnet es auch noch. Das hat, glaube ich, zum Beispiel... Das hat, glaube ich, das Dings auch hier, das Dragon's Dogma. Das macht das, glaube ich, auch. Da haben wir jetzt alles eingesammelt, was wir von Martin hier hinten brauchen können. Ich habe ihn komplett geflattert. Das ist ja irre mit der Lampe. Das ist ja voll geil. Aber es fängt jetzt wirklich an zu stürmen, ne? Vielleicht respawnst du ja in Star-O-Year. Ne, da ist kein Spawnpunkt, oder? Ne, man spawnt ja immer am Ufer. Oder der Feuerwehrmann bringt dich zu uns. Das wäre natürlich super. Also, äh... Wo machen wir denn noch? Ah, dreiviertel Stunde. Ja. Liebes Hilfsteam. Wir hätten ihn essen können? Nein. Wir hätten ihn noch kochen müssen vorher. Wir hatten noch keine Feuerstelle. Es hat wieder eine Stunde gedauert, bis wir das Feuer anhäppen. Wann wird es jetzt hier eigentlich hell? Ach so, erst morgen früh, oder? Dann müssen wir noch ein paar Stunden spielen. Alter, das ist eine geile Atmosphäre. Dann zieh ich den doch wenigstens ein bisschen in den Wald. Stimmt. Ich habe die Freunde auf der Straße liegen lassen, ne? Sollen wir den eigentlich beerdigen? Jetzt sind wir ja schon 200 Meter weiter. Ja, stimmt. Keine Zeit. Das ist er mir nicht wert. Hat jemand von euch noch was zu essen dabei? Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe halt eine verfaulte Tomate. Ich will dir da nichts. Nein. Ich kriege sie immer auf den Boden. Einen guten Appetit. Kann jeder für sich entscheiden, ob er die isst oder nicht. Oder wie. Mein Gott, ist das geil mit dieser dunklen Nacht. Wenn jetzt die Lampen ausgehen, man sieht ja wirklich niemanden, die Hand vor... Wie ist das Sprichwort? Nee, wir laufen einfach weiter. Ach so, habe ich jetzt einen Leuchtstab und die Lampe an? Kann das sein? Gibt es da an den Klamotten so ein Ei? Die Leuchtstab kann man sich ranklipsen. Ach so, okay. Das ist ja cool. Das sieht auch cool aus. Echt cool. Jetzt ist es total dunkel. Jetzt ist gar nichts mehr. Ja, ja. Ich habe die Lampe ausgemacht. Jetzt Moment. Ich muss mich mal kurz ein bisschen organisieren. Alter, ist das krass. Also wenn jetzt hier ein Zombie stehen würde, ich würde nichts mitbekommen. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ich trinke noch mal einen Schluck. Wenn man jetzt ehrlich, wenn man sowas mal gesehen hat, wie kann irgendein Entwickler sowas nicht mehr in seinem 2022 veröffentlichten Spiel reinbauen? Das ist doch so. Naja, sowas. Also wie kann es sein, dass heute Spiele rauskommen, die das nicht drin haben? Ja, das hier hat dafür ja viel anderes nicht drin und so kriegst du wahrscheinlich so eine Beleuchtung auch gerendert. Das kannst du halt mit komplexeren Umgebungen nicht so einfach. So wenig komplex ist die jetzt hier nicht. Wo sind Daniel jetzt? Die Pflanzen zum Beispiel werden ja auch weggedrückt, wenn du zum Beispiel durchläufst und so. Also das ist auch alles mit drin. Hier bin ich. Wo seid denn ihr? Da oben. Wie weit der weg ist. Aber das Ganze hat es völlig vergessen. Ich stehe irgendwo in einem komplett dunklen Wald. In einem völlig dunklen Dunkel. Das ist irgendein Berg, den man... Ich sehe nicht. Aber du bist nicht an der Küste, oder was? Ich sehe nicht. Also wirklich. Er hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Autos entlang. Ich habe schon den Monitor komplett hochgedreht. Oder oben aus dem Gebäude. Sollen wir da mal hochgehen? Wir müssen ja irgendwie... Ah, da oben auf der Kuppe. Ja. Wer hat denn Essen hier eigentlich so erkältet? Kann man eigentlich auf den Servern einstellen, dass zum Beispiel dieses Essen-Trinken-Ding... Das kann man ja manchmal in dieser Art von Spielen einstellen, dass das nicht so schnell sich verbraucht. Also, dass das quasi ein bisschen glaubwürdiger gemacht ist. So, das wäre schon cool. So. Vielleicht das nicht schicken, wenn du mal gesagt hast, das muss ich mal. Radpfanne raus. Und hier ein Haufen Scheiße. Das ist nur eine Scheune, oder? Oder ist da noch ein Bauernhof dabei? Das ist voll slendermäßig. Ich glaube, der Feuerwehrmann steht. Das ist, glaube ich, nur eine Scheune. Du musst ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht die Orientierung verlieren. Du hast eine Sichel. Ich habe eine dabei. Eine reicht. Hat die Laterne eigentlich auch eine begrenzte Laufzeit? Die hält eine ganze Weile. Da habe ich extra einen frischen Kanister. Aber warte mal, Daniel, bevor du da jetzt irgendwie in die Pampa rennst, lass mal wieder zurück zur Straße gehen. Sonst im Wald verlieren wir uns hier. Die Wälder sind hier ewig. Ich wollte nur in das Tal runtergehen, aber ja. Wo war denn die Straße? Jetzt rieche ich aber den Kompass. Wo kann ich denn denn? Aber Michi? Ja. Wie ist das? Ich habe es nochmal bei mir die Kamera übertragen. Warte mal. Statt meinem Bild. Ich kann auch einfach nur ein schwarzes Bild. Martin ist rot, oder? Ich schaue jetzt kurz auf Tor. Nein, ihr ist neuer. So, da seht ihr bei Martin gerade. Da war eben kurz ein Baumwipfel zu sehen. Da hinten ist ein Licht. Da hinten ist ein Licht. Seht ihr das? Da ist ein Mond. Von dem mit da Licht. Michi, schau mal nach links. Seht ihr das? Da fährt irgendwie ein Auto lang. Da wird es ein bisschen immer hell. Naja, die sind uns vorhin gefolgt. Welche Kompassnadel ist denn die Norde? Gelb oder weiß oder rot? Die rote. Okay. Warte mal, Michi, bevor du weiterläufst. Wo ist denn Daniel? Genau. Ich stehe jetzt nochmal vor der Scheune. Kommen mal zu dem Licht von Michi. Was soll ich denn jetzt machen? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier kein Licht. Das könntest du vergessen. So wie Martin. Das ist ja nicht so gut. Wo ist jetzt die Straße? Aber gibt es da gar nichts, woran du dich orientieren kannst, Martin? Ja, du hast doch gerade gesehen. War einfach nur laufen und hoffen, dass es besser wird. Ich glaube, die Straße ist ein bisschen weiter nach rechts. Ein bisschen wie die Corona-Strategie wie der Bundesregierung. Da ist was. Was ist das? Das ist eine Tanke. Das ist eine Tanke. Da gibt es bestimmt was zu essen. Was kostet denn die Preise? 1999. Boah. Oh, geil, gibt es da Cotoletta Milanese? Oh, Gott. Oh, Scheiße. Alter. Was ist jetzt? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gesagt, das ist ein Herzkasper. Wie ein Herzkasper. Aber wie wusste er das, dass du die reingehen würdest? Naja, so schwer ist es nicht, uns zu antizipieren, in welche Richtung wir gehen werden. Alter, das ist wirklich das ist echt wie auf Nachtwanderung. Hier ist eine Anzughose. Oh, Buckshot. I really enjoy a nice pair of slags. Ja, so kulinarisch hält sich das hier aber auch in Grenzen. Das Angebot. Dann lass mal weiterziehen. Eigentlich müsste er ja jetzt dann bei der Ort kommen. Man findet keine intakten Autos, oder? Sondern man muss immer Also damals den Jeep, den wir gefunden haben, der funktionierte. Aber den haben wir auch, glaube ich, jemanden geklaut, der den da kurz abgestellt hat. Okay, ja, das kann sein. Nee, den einen haben wir gefunden. Ja, der stand im Wald, aber ich glaube, dass halt jemand mit dem da hingefahren ist, um dort halt was zu erledigen und dann kamen wir und haben den einfach genommen. Quatsch. Zum Beispiel in die Pilze gegangen. Oh, schau mal, hier ist jetzt Zitterpoie. Ja, das ist das, wo wir hinwollten. Zitterpoie heißt das. Aber das ist halt wirklich, ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie groß diese Spielwelt ist, ne? Also, was das jetzt für ein Marsch gerade da war und um jetzt ans andere Ende der Spielwelt zu kommen, musst du noch wahrscheinlich zehnmal so lang laufen. Schon irre. Also bei World of Warcraft, da weiß man als Geist, wo die Leiche liegt. Wenigstens. Ich hätte jetzt den Weg zurückgefunden. Wo seid denn hier hin? Ich bin in das Haus rein hier und gucke, ob es ist. Scheiße, wie kommt hier rein? Gibt's hier Motorradhelm? Waffe, BK43. Was ist das für ein Kaliber? Das weiß ich nicht. Wie sich die Farben zusammen mischen, auch von euren Lampen. Oh, warte mal. Das ist irre. Damals auch schon Eingots Jeep auf dem, bei unserer Zwischen. Vor zehn Jahren, bestimmt. Ja, glaube ich auch. Halte ich für die einzige Option. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht stimmt. Jetzt wird es aber jetzt, wo ihr nur noch diese kleinen Lichter habt, schwerer euch zu folgen. Ein Feld. Es regnet schon wieder. Das ist ein Hühnerstall. Ach Mist, jetzt sind natürlich auch die ganzen Sachen nass. Jetzt wird man natürlich, jetzt sind wir durch Nest, jetzt wird man natürlich eine Erkältung kriegen. Können wir nicht mal auf den höchsten Berg steigen und da ein Licht machen? Von der ganzen Spielwelt auf den höchsten. Hat jetzt jemand hier die Tür zugemacht? Ich würde jetzt wieder rausgehen aus dem Haus. Wo seid denn ihr? Ich bin direkt hinter dir. In einem anderen Haus, da wo das Licht rauskommt. Du wirst nicht direkt hinter mir. Ach stimmt, ich bin direkt hinter Daniel. Wo bist denn du? Musst du mal dein Licht anmachen sonst? Ich habe mein Licht eigentlich, ach ich sehe euch. Wenn Rot ein Norden ist, ich bin jetzt auf dem ersten, Haus auf der linken Seite. So, da war aber nix. Ist das ein Zombie hier oder ist das Fritz? Ja, das ist Fritz. Jetzt gehen wir mal ungefähr das gleiche. Waren wir hier schon drin? Ne. Das sieht etwas größer aus. So, alles zugenagelt. Boah, das ist doch irgendwie, ne? Wie ist die Lage, Martin? Ich habe ein neues Symbol. Alles so dunkel. Ich habe so zwei Wellen und einen Wassertropfen da drüber. Das ist nass, das haben wir auch. Das heißt, du bist durchnässt. Na, das würde ich glauben. Ich glaube, wir sind zumindest offen und es regnet auf meinem Kopf. Und unterm selben Regen sind wir. Mal hin. Das kann man sagen. Mach rüber, mich nicht. Wir kommen auf die andere Seite vom Zaun. Warte mal, das weiße Licht ist Daniel. Wer war das? Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Warte mal, wenn hier jemand schießt, dann gehe ich ein bisschen weg von euren Lampen. Das ist mir zu gefährlich. Scheiße, mache ich die aus. Nein, das habe ich dann auch angemacht. Scheiße. Daniel, geh mal weg mit deiner Lampe. Ich will nicht auch erschossen werden. Geht euch, kommt hier der Bus? Nein. Das ist bestimmt so ein Fake-Dings. Wo bist denn du, Michi? Ich bin jetzt da reingelaufen, aber ich habe immer noch an meinem Rucksack dieses blöde Ding. Daniel, hör auf, mich anzuleuchten. Au, 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 au. Ja, das bleib ich auch noch. Was ist denn passiert, Martin? Ich weiß nicht, ich höre halt so ein Zombie-Geschreibung. Jetzt haut mich ja noch, ich sehe ihn kaum. Daniel, bist du das mit der Laterne? Seid ihr das? Da hat gerade jemand Licht, eine Fackel in einen Schuppen reingelegt. Nee, das bin ich. Ich habe es da reingelegt, damit nicht auf mich geschossen wird. Das ist aber auch geil, dass das so ein bisschen durch die Dings leuchtet, ne? Durch die Ritzen. Geiße. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts mehr. Doch, ich sehe Daniel. Warte mal, hast du gerade jemanden da schlagen, Daniel? Ja. Die Frage ist jetzt, hole ich mir jetzt das Knicklicht zurück und bin aber damit halt eine laufende Zielscheibe oder verlieren wir uns komplett aus den Augen? Ich bin dagegen, dass wir uns aus den Augen verlieren. Wir sollten mal Wir können ja Kontakt eigentlich hin, wenn wir aus dem Ort wieder rauskommen. Besten im dunklen Wald. Zum Hexenhaus. So viel mehr Loot war jetzt hier im Inland auch nicht, ne? Wir sind aber noch nicht weit. Also, das ist noch ganz schön, das ist noch relativ nah. Aber hier wegen dem, oh, schau mal, da vorne ein Auto. Achso, das sind hier unsere Helfer-Helfer. Sind sie? Ja. Sagt sie mir so aus wie das Auto, was Michi vorhin geholfen hat? Aber so eine Landschaft, also, ist ja auch ein bisschen ähnlich zu King & Come. Ist ja auch geil. Es ist ja eine ähnliche Region, ne? Und so ein Setting, so eine Weitläufigkeit und dann, wie bei King & Come vom Setting, aber dann halt vielleicht doch so ein paar kleine Fantasy-Elemente drin. Du, von mir sind das alles blöde. Ich bitte dich nicht. Also, ein bisschen finde ich es schon cool. Nicht so doll wie bei Witcher, das ist ja dann schon wieder sehr. Schau mal hier noch rein. Ganz leicht Mystery im Wald, so, da ist irgendwas. Blair Witch-mäßig. Ja, aber in dem und dem es darf nicht zu Horror sein und darf aber auch nicht zu, ey, die haben schon wieder Twin Peaks gemacht sein. Oh, schau mal, hier ist glaube ich irgendwie so eine Art europäische Mystik. Also, hier ist eine Polizeistation. Ja, irgendwas ist hier, ne? Warte mal, ähm, ähm, Daniel, komm mal hinter mir her. Lass mal hier rüberklettern. Also, ich bin in der Polizeistation drin. Oh, scheiße, da ist ein Zombie. Warte mal, warte. Leuchte den mal an, ich versuche ihn zu hauen. Aber, aber, hau nicht mich. Au, 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 was machst du denn? Du solltest ihn anleuchten, verdammtisch. Also, ich habe ihn schon zusammengehauen jetzt. Entschuldigung. Das ist keine Ahnung. Oh, ich glaube, das ist richtig heiß. Machen wir die große Lampe an und wir gehen zur Polizeistation. Gehen wir zur Polizei, wenn die uns weiter hier belästigen. Oh, ich habe gerade was abbekommen. Oh, Tommy hinter dir. Leuchte mal in die Richtung. Leuchtet gar nicht rund um die Lampe. Hau hin. Warte. Hab sie. Es war eine Sie, nicht ein IA. Also, hier bitte. Wir können über uns klettern, ne? Ah, nee, geht nicht. Oh, oder? Auch ein Zombie. Feuerwehr-Zombie. Ah, jetzt kann ich. Komm, wir klettern. Echt ein Feuerwehr-Zombie? Ja, tatsächlich, ne? Wenigstens keine degradable weapons. Oh, und der hat einen Verband, einen markenlosen Verband, hat der dabei gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen verbannt. Hier stellt sich ja auch heraus, dass du noch was zu essen hast. Achtung, hier kommt noch einer. Ich habe zwei Schuss jetzt. Be very afraid. Okay. Wo seid ihr? Ich komme jetzt raus, das ist der Polizeistanz. Daniel, kannst du mich mal anleuchten? Ich glaube, ich verblute gerade. Hinter dir haut dich einer halt die ganze Zeit. Was? Sag doch was. Ja, merkst du das nicht? Nee. Ich habe doch keinen Ton. Ich sehe doch dann nichts. Du hast doch keinen Ton. Du hast keinen Ton, dieses Spielton. Weil ich doch das OBS an und ausgemacht hatte und da müsste ich mich hier wieder einloggen und das ging jetzt nicht. So, warte mal. Trink jetzt mal kurz einen Schluck. Scheiße, das war natürlich mit dem Blutverlieren ganz schön durch. Ist auch komisch, meine Lebenspunkte gehen hoch. Obwohl ich gerade Blut verliere. Oh, nee. Ich verliere eigentlich schon viel Blut. Scheiße. Ich bin schon gelb. So, wo seid ihr? Okay, Blut erholt sich. Wenn jemand einen Wanderrucksack braucht mit 42 Items. Wir sind neben der Polizeistation. In diesem Häuschen. Also wir könnten zur Polizei... Leuchtet. War in der Polizeistation was? Ich hatte jetzt mir eine Pistole genommen und jetzt habe ich das erste Mal zwei Schuss für eine Pistole. Oh, hier ist ein ganzer Rucksack. Liegt hier. Ja, das ist meiner. Achso. Den habe ich gerade gefunden, aber wieso kann ich den nicht anziehen? Du musst den halt den anderen Rucksack erst ablegen und dann den anlegen. Ach so, jetzt. Das ist okay. Und dieses CR-75 Magazin ist hier liegt. Wem gehört das? Dem, der es findet. Der es findet, darf es behalten. Hat das von euch jemand als Kaliber? Nee, ich habe keine Feuerwaffen. Nee, ich habe keine Feuerwaffen. Doch, ich habe zwei Feuerwaffen. Ich habe keine Feuerwaffen. CR-75. Nee, ich brauche Punkt 380. Und, warte mal. Nee, BK-43. Nee, 12GA Schrot- und Slug-Munition. Also Schnecken. Schnecken-Munition. Da steht einer vor der Tür, ne? Ich dachte, jetzt kratzt du mir jetzt erst wieder ein. Man startet ja mit so einem Leuchtstab. Schau mal, der hat uns hier Zeug hingeschmissen. Erste Hilfe. Schutzkoffer. Man startet ja mit so einem Leuchtstab, wenn man einen neuen Charakter hat, ne? Ja. Ja. Und dachte ich, jetzt mach ich den mal an. Aber ich wurde eben von einem Zombie-Jagern im Dunkeln. Der hat meinen Leuchtstab beschädigt. Scheiße. Jetzt habe ich einen Leuchtstab, der ist feucht und beschädigt. Feucht und beschädigt. Sehr gut. Ich habe jetzt noch einen feuchten Verband und einen feuchten Leuchtstab, der beschädigt ist. Das interessiert mich, einen feuchten. Oh Gott. Meine Schuhe sind klatschnass. Und mein T-Shirt ist beschädigt. Alles gut. Ja, das war's. Ich bin topo. Leicht. Man kann Sachen im Inventar nicht bewegen, weil man eins davon in der Hand hat. Okay. Das wäre ja auch albern. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, weiter nach Norden, oder? Mr. Kompass, Mann, sag an. Was machen wir denn im Norden? Naja, halt. Ja, hoffentlich ist so ein Blutfilm. Wir müssen ins Landesinnere halt kommen. Hier ist eine Polizeijacke, falls einer will. Ich habe auch eine Polizeimütze, wenn jemand will. Was kann die denn? Schlecht diese... Oh, ich habe sogar eine leere Blutabnahmeset gefunden und einen Blutgruppenschnelltest. Das wurde uns, glaube ich, vorhin auch noch... Geil, ich habe Gummigeschosse jetzt für meine Flinte. Ja, dann kannst du den Zombies... Kannst du die verletzen, ohne sie töten zu müssen. Was Ideales im Zombiefilm. Wisst ihr eigentlich eure Blutgruppe? Nee, leider nicht. Da gibt es aber hier... Also vergesst es. Also hier sind so Blutgruppentestgeräte. Wo seid denn ihr jetzt raus? Nee, ich meinte jetzt in echt. Weiß ich auch nicht. Scheiße, Leute. Ich habe letztens überlegt, wo kam ich drauf? Löwe. Ich weiß nicht, wenn man umfährt, dass man sehr wichtig sein kann. Was ist Löwe? Und ich dachte so, ich weiß nicht, war meine Blutgruppe. Sollte man sowas nicht eigentlich wissen? Wahrscheinlich schon, ja. Das ist Fritz, ne? Wo ist Daniel? In der Polizeistation oben auf dem Dach habe ich mal kurz runtergeguckt. Wo seid denn ihr? Unten. Komm hoch, kannst du runtergucken. Ich sehe euch. Ja, dann los. Dann können wir rausgucken. Nord. Ist die Lampe jetzt eigentlich an? Die wirkt irgendwie so funzelig. Na, du hast den Ding an deiner... Jetzt ist sie an. Ach, jetzt ist sie an. Okay. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach... Also Richtung Norden gehen wir, oder was? Ich glaube, ich gucke einfach in den Stream, was ihr macht. Ich laufe jetzt seit 10 Minuten mit einem kaputten... Ja, das ist ja auch Quatsch dann. Ich habe da keine Chance, euch zu finden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nach Norden geht es da lang. War die Polizeistation links oder rechts von der Straße? Ich gucke schon in euren Stream, dann sehe ich wenigstens, was ihr so macht. Wo ist denn hier... Dieser Game-Chu-Kanal. Nee, dann in andere Richtung. So. Wir haben auch keine Straße. Das ist ja ein Quatsch. Er folgt doch einfach dem Weg, der aus der Polizeistation rausgeht. Das ist doch... Du stehst drauf. Du stehst doch auf dem Weg. Ja, aber der fährt ja Richtung Süden. Ja, aber dann geh doch so bis zur nächsten Kreuzung im Ort und dann gehen wir vom Ort aus in der Richtung, wo es passt. Scheiße, bei mir wird das Bild schon langsam verschwommen. Ach. Da waren wir halt schon überall drin. Folgt doch einfach ein bisschen den Wegen. Das war ein erratisches Rumrennen. Wir kamen doch hier rein. Okay, ach, hier ist eine große Straße. Ja, Sie hören doch nicht alle immer stark auf. Hinten ist Licht, wir gehen zum Licht. Kommt mit. Das ist doch wie ein richtiger Ort aufgebaut hier. Das ist bestimmt das Auto von Eingotts wieder. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch wieder die Bushaltestelle. Ich glaube, das ist der Ortseingang. Das ist ja auch ein rotes Licht. Welche Richtung ist denn jetzt Norden? Schau mal, jetzt hat jemand eine Flair in die Luft geschossen. Seht ihr das? Ich laufe gerade Richtung Norden tatsächlich. Das ist ja auch geil. Flair? Ja, dann lauf mal weiter. Jetzt ist sie gerade ausgegangen, aber jetzt fällt sie langsam wieder runter. Das ist doch hier das Licht so rot. Und dann, ey. Junge, wenn du mit deiner Pfanne da rumläufst. Ich habe sie ja auch die anderen nicht kloppen aus Versehen. Das tut mega weh, so eine Pfanne auf den Kopf zu kriegen, ey. So. Weiter Land einwärts. Was sagt der Chat? Martin, folge dem Licht. sitirio.tv. Vielen Dank übrigens für den Primestar. Ich gucke hier mal kurz rein. Und, oh, der Ortclub hat fünf Abos verschenkt. Jetzt mache ich uns Ärger. Ganz schon zehn Abos verschenkt. Vielen Dank an den Ortclub. Ich muss das Auto nehmen. Fokusuhr. Nein, ich mache das alles wieder aus. Ich mache das Auto. Hallo. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Ich laufe weg. Das fand schon echt Schiss, ne? Wenn einer so andeltend mit dem Megafon. Das höre ich ja nicht. Ich habe ja keinen, ich habe ja keinen, ich habe ja keinen Sound. Aber er hatte eine, äh, eine Axt erhoben. Hier ist ein Zelt. Hey, nimm das mal mit. Ich kann das nicht mitnehmen. Ich kann ja bei Zelteln gehen. Ein mittelgroßes Zelt. Kannst du was anzetteln? Zelteln. Das ist wahrscheinlich zu, zu groß, ne? Ich habe Platz. Geil. Oh? What the hell? Was denn? Was denn? War das ein Raketenschlag oder war das ein Düsenjäger? Ich weiß nicht mehr. Das ist auf jeden Fall irgendwas krass. Irgendwas ist explodiert, oder? Ich sehe den, ich sehe den Nebel da hinten. Kommen wir da mal hin. Was ist denn da jetzt los? Schau mal, da ist so ein ganzes, das ist jetzt hier alles so im Nebel, der ganze Ort. Sollten wir dann da hin, ist das kein Giftgasangriff dann? Orbiter Strike. Das gibt es doch nicht, oder? Was? Verspinde von hier! Verspinde von hier! Weg! Aber was ist denn das? Keine Ahnung, ist das nicht Giftgas? Ist das irgendwie so eine Biohazard? Vielleicht ist das jetzt Battle Royale. Nicht in den Nebel, äh, äh. Doch, lauf doch mal hin. Aber, hä, was ist denn das? Also, guckt euch das doch mal an, weil wir jetzt doch mal, lassen wir doch mal vernünftiges Finale. Schnauze auf den Rücken. Ich kann sagen, ey. Kommt zu mir ins Jenseits. Das ist nicht schön. Geht ins Licht, geht in den Nebel. Das ist das Gas, Sangi. Nein, guckt euch das doch mal an. Aber wieso kommt denn das da jetzt plötzlich? Das ist doch interessant, was ist denn das? Aber haben wir das ausgelöst, oder hat jemand anders? Das ist super, das Eignat. Hat jemand anders an? Schnauze. Oh, ich sag, das ist doch jetzt mal interessant. Ja, wenn das sterben will, würde ich gehen. Wie das eine komplette, komplette andere Crew noch einfach ist, ne? Und wir. Dosen Spaghetti. Idiotchen. Gar nix. Oh, warte mal, Dosen Spaghetti, das esse ich jetzt. Hat von euch, also ich hab, ich hab rot quasi bei meinem Essen. Gebt mir mal was davon ab. Ihr seid nämlich eigentlich ganz gut ausgestattet. Gelb. Das geht noch. Also eins von den Dinger muss ich essen, sonst... New Capsi. AimGods, Reiber und Kalundir helfen, okay. So, tu mal. Das soll ich erst mal angucken. Ich muss jetzt erst mal hier die Dose aufmachen. Jetzt ist die Dose offen. Geht man von der Straße runter, dass die Menschen fahren können. Ist das denn dann im Late Game, also wenn man es jetzt schafft, seinen Charakter echt viele Stunden lang immer weiter aufzubauen und zu equipen, und man fängt dann an, eine Basis zu bauen, dann ist es ja dann nur noch irgendwie PvP, oder? Auf dem Server. Na ja, klar. Dann kommt auch irgendwann, so jetzt, da kämen wir mal diese sehr gut ausgestattete Basis von den anderen, oder wie? Naja, die Zombies an sich sind ja dann keine Gefahr. Es gibt ja, glaube ich, auch keine andere Arten als die Standard-Zombies halt. Komm, laufen wir weiter jetzt hier lang. Will jetzt noch jemand was zu essen, oder? Ja, ich wollte noch was. Dann mach ich dir eine Dose auf. Machen wir mal eine Dose auf. Da müssen noch Nudeln im Fritz sein. Im Schulranzen. Das sind halt, glaube ich, wirklich Nudeln. Wir haben noch Nudeln im Ranzen. So, Dosen, das sind tatsächlich einfach... Da waren wirklich Nudeln im Auto, weil das ist ja Dosen-Spaghetti. Und es wurde ja mit dem Auto hergebracht. Nach zehn Jahren haben wir Nudeln im Auto gehabt. Nicht in unserem Auto, nicht unsere Nudeln. Details. Egal. Michi verhungert gerade. Ich übrigens auch. Ja, aber Michi hat doch gerade die Dosen-Nudeln aufgenommen. Ist sie doch. Komm schon bei der Lieferdienst. Ist sie doch. Hallo. Ich habe eine Pizza bestellt, oder? Ich trinke jetzt meine Pepsi. Ich weiß nicht, ob die satt macht. Oh, die füllt schon ganz gut. Die beendet Rassismus, habe ich gehört. Epsi. Da ist doch Kendall Jenner, bietet doch da dem Polizisten irgendwie eine Pepsi an. Das ist eine bekannte Person, die das macht. Das war doch Kendall Jenner in diesem Werbes-Spot. Und wer ist Kendall Jenner? Die ist doch, weiß ich nicht, so It-Girl und Model und so. Was ist denn der Tropfen neben dem Kreuz unten rechts? Das ist Tropfenblut. Nee, das ist Blut. Ach, da habe ich doch schon ein bisschen Blut verloren. So was aber auch. So, gehen wir jetzt. Was habe ich denn hier noch? Schau mal, jetzt hat es sich auch zugezogen. Seht ihr das? Da sind jetzt Wolken vor dem Mond. Der Mond war nämlich vorhin deutlich heller. Und dann ist wahrscheinlich auch die Spielwelt tatsächlich heller. Weil vorhin hatte ich das Gefühl, es war im Dunkeln ein bisschen heller. Also Ninja schreibt, seit Neuestem werden immer mal wieder Orton Jenneres abgebombt. Ohne Schutzanzug erkrankt man und hustet Blut, außer man hat ein Gegenmittel. Ich habe gesagt, hätte ich das mal anschauen sollen. Es gibt übrigens, jetzt hustet doch mal Blut vor eure Zuschauer hier watschen. Aber dann haben wir es probiert am Sonntag. Da hat man doch noch irgendwie von mir, ob es da eine Lore in der Spielwelt gibt. Aber es gibt wohl tatsächlich noch ein bisschen Lore in irgendeiner Weise in dieser Spielwelt. Ich weiß nicht, wie die erzählt wird oder so. Ob man auch die Textsachen findet oder so. Aber irgendwas gibt es wohl. Wisst ihr, was ich mal sehen will? Stichwort Bluthusten. In irgendeinem Film oder der Serie oder dem Spiel oder irgendwas. Du hast jemand, der hustet, dann in ein Taschentuch hustet, dann sieht, dass Blutflecken drauf sind. Und dann in absehbarer Zeit zu irgendjemanden hingeht und sagt, ich habe Tuberkulose. Statt es 50 Jahre lang tot zu schweigen und über die ganze Zeit so diesen entsetzten Blick auf das Taschentuch und dann schnell einschieben und so. Oh, was ist es hier? Voll das Stigma, nämlich so eine Tuberkulose. Wir können nach Wax Opka. Wax Opka ist geil. Besser als Rün-Robo. Wax Opka. Wahrscheinlich egal, in welche Richtung man geht. Also das andere ist, glaube ich, das... Also nach geradeaus weiter ist halt dieses... ...Guglova. Guglovo quasi. Oh, hier ist eine Bank. Aber dann müsst ihr hier in der Kreuzung gar nicht ein Lagerfeuer geben. Ist ja nicht... Ne, dann gehen wir jetzt mal neben nach Wax Opka. Wax On, Wax Off. Also in... Wo ist da irgendwas in Wax Opka? Wie lang? Na ja, gucken wir mal. Ja, dann. Ach so, aber jetzt warte mal. Wenn wir schon alle mit dieser Map cheaten, dann müsste doch hier irgendwo so ein Lagerfeuer sein. Ich habe nur geguckt, wo der Ort ist. Ich habe nicht geguckt, was da ist. Also hier wird nicht zu viel gecheatet. Naja, dann folgt mir unauffällig. Das ist auf jeden Fall jetzt mehr schon so ein Trampelpfad. Wo du lang gehst, ist immer Trampelpfad. Ich fände echt so einen reinen Koop-Ableger, wo dann aber... Oh, das ringt! ...wo dann aber halt tatsächlich auch Story und irgendwie so ein bisschen so Quests und so drin wären. Das wäre auch schon cool. Also man könnte in diese Welt echt viel packen, aber das gilt ja für so viele Open Worlds. Ich bin ja gespannt, wie es mit Stalker 2 so wird. Das könnte sich auch ein bisschen so anfühlen. Ja. Aber ich glaube irgendwie nicht recht dran. Ich habe Stalker 1 nie so intensiv... Ich habe es durchgespielt, aber ich habe es nie quasi so intensiv gespielt, dass ich mir die Magie zerstört habe. Weil ich glaube, das ist ein insgesamt viel kaputter und viel limitierteres Spiel, als ich mir dann eingeredet habe, dass es ist. Ich sage mal, auch kleiner. Ich habe das nie durchgespielt, weil das viel zu groß war für mich. Aber es war auch, weil wenn ich... Da spawnen die Gegner gar nicht. Ah, hier ist die Karte übrigens. Du are here. Das ist natürlich auch cool, ne? Das ist sehr cool. Ja, dann... Ich bin eine Feuerstelle, ne? Das ist einfach nur so zur Einkehr. Ich habe mir das erste Stalker jetzt vor kurzem auf Kauf gekauft, weil ich mal Bock habe, das zu spielen. Da gibt es ein paar echt, glaube ich, ganz coole Mods, die quasi das Original-Feeling beibehalten und so. Aber halt viele von den Fehlern ausmerzen und so ein paar Mechaniken noch so zu Ende bringen, wie es ursprünglich mal geplant war. Das mit den spawnenden Gegner ist trotzdem furchtbar, wenn du eine so eine Ruine leerst und dann musst du zwei Minuten später wieder dran vorbei und alle sind wieder da. Ja, stimmt. Das nervt so krass. Es gibt ein paar Nerve, aber insgesamt ist es halt schon ein sehr cooles, sehr faszinierendes Spiel. Das ist schon echt... Das haben diese osteuropäischen Spiele ja oft. Also dieses so ein bisschen nicht so kompromissbereit in gewisser Weise. Und dadurch aber eben auch wieder cool. Deshalb bin ich auch so gespannt auf das Atomic Heart, was das am Ende wird. Ich meine, das kann ja totale Blender werden, aber wenn das ein bisschen in diese Richtung geht, dann wird das... Ich weiß aber jetzt schon, dass ich das auf Russisch mit Untertitel spielen werde. Und ich fand dieses Voice-Over, was man an dem Trailer gesehen hat, so grenzwertig. Ich möchte deswegen dem Medium irgendwie auch total gern, obwohl das so wenig aus diesem brutalistischen Ferien-Ressort gemacht hat. Oder allgemein wenig daraus gemacht hat, aus vielen Dingen, auch aus dem Artstyle und so. Ja, wir fanden es ja ganz okay, aber irgendwie... Ich mochte das irgendwie total gern auf seine Art. Wenn du bei dem weißt, was alles vielleicht nicht ganz so geil ist, wie es sein könnte, dann war das Gesamtfeeling schon echt cool. So, Vorsicht. Ich habe immer noch Metro Exodus vor mir. Ja, die anderen beiden dabei gespielt. Oh, hier ist eine Wanderjacke. Braucht von euch noch jemand eine bessere Jacke, weil die hier ist gut isoliert. Von dieser österreichischen Band. Ja, das Problem ist eher, dass unsere ganzen Sachen ja so durchgenässt sind. Ich bin auch schon wieder erkältet. Verpackte LR22 Munition, was ist denn das? Was grunzt hier, hier sind die Rohrzange. Oh, wenn hier was grunzt, ist hier vielleicht ein Schwein, aber wir haben immer noch nichts zum Feuern machen. Das ist eher noch Zombie. Achso. Guck mal. Das sind 22. Ach, das hatte ich vorne in der Pistole, die ich jetzt nicht mehr habe. Fuck. Das ist echt die traurigste Runde Memory aller Zeiten. Ich habe Hunger. Habt ihr mal was zu essen noch? Nee, ne? Nee, die beiden Nudeln haben wir ja, Sachen haben wir ja zu selber gegessen. Hescha. Oh, Zombie. Achtung. Kommt einer. Uah. Ich will mal einen mit der Bratpfanne. Jetzt komm mal her. Hier ist irgendwie noch einer. Jetzt mal einen mit der Rotkanne. Das war ja bei, äh, das Beste an Daisy 2, äh, war ja jetzt auch der Anfang, wo du außerhalb, au, 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 wo du außerhalb der Stadt bist. Ich habe jetzt fast totgeschlagen. Na, sehr gut. Mich auch. Habe ich keinen Verband mehr. Äh, warte, ich habe noch einen Verband. Ich kann dir einen auf den Boden legen, warte. Keine Sorge, ich blute nicht. Lass uns weitergehen. Hier, äh, da liegt einer. Schuhe, offen, Füße, geblutet. Oh, was ist hier? Bergsteigerrucksack. Die ist ja wahrscheinlich bester als für meiner, oder? Was ist mit auf die Ohren? An? Was, was hat dich da? Ich weiß gar nicht, wo bist du denn, Michi? Achso, du bist da unten irgendwo, ne? Sechs Kilometer. Ach, da ist auch ein Haus. Das ist eigentlich, wie man hier nichts sieht. Ach, fuck it, was soll's. Ich mache mir jetzt auch mal einen Leuchtstab. Achso, da bleibt alles trocken. Hier ist ein richtig guter Rucksack. Aber ich habe eh schon so einen, von Martin so einen wasserdichten Rucksack gelootet. So ein zähnter Lech. Wie machten ihr den Leuchtstab an eure Klamotten ran? Da ist so eine Schlaufe. Also man kann, wenn der Rucksack das kann, dann ist da oben so ein, im Inventarmenü quasi so ein Platz, da wo das Funkgerät reingesteckt werden kann. Ah, cool, Jo. Coolie, oh coolie, oh coolie. So, ja, Martin wird wahrscheinlich jetzt für diese Runde erstmal nicht mehr zurückkommen, weil bis der uns jetzt hier in der Dunkelheit gefunden hat, ist halt morgen früh. Ich schaue schon euren Stream hier. Ich schaue schön zu, was ihr da macht. Der Bratpfannenmann hier. Ich habe schon keinen Einzelmeter Bratpfanne mal eine mitgegeben, außer Daniel. Wir waren hier schon, wir müssen in die andere Richtung. Okay, ich komme zurück. Sicher? Aber in eine andere Richtung, ich habe mich immer am Schwarz orientiert. Schwarz? Also wir müssen in Richtung Norden eher, ich schaue nochmal auf den Kompass. Hast du den Kompass von Martins Leiche geklaut, oder wie? Okay, ja, ah, clever. Mein Wasser ist halt doch leider schon leer. Wir müssen irgendwie eigentlich hier so in die Wildnis, aber dann gehen wir doch, dann gehen wir hier lang. Vielleicht ist auch alles falsch, was ich sage. Also hier ist auf jeden Fall eher Norden als auf der anderen Seite. Und hier geht eine Rechts-Links-Kurve. Ja, Zombie. Komm zurück, du Trottel. Pannenmann, mach mal. Ah, nochmal Zombie. Scheiße, scheiße. Alter, das ist aber so von der Atmosphäre schon geil. Kommt irgendwo noch einer? Hinter euch. Ja, vor allem, die kommen ja aus dem Nichts, ne? Oh, noch einer. Stürper, du Arsch. Die Bratpfann ist voll die Scheißwaffe. Surprise. Oh, der eine hat, äh, Dosen für sich, oder was? Da lebt noch einer. Nice. Ach so, den darf man nicht mehr machen, gell? Vorsicht. Was darf man nicht machen? Weißwitz. Halt drauf. Ich habe, ich habe, ich habe, den Was-Witz. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist mein Kulturkreis, ich darf, das nicht erlaubt ist. Ich, ich habe, ich habe es gar nicht gestanden. Aber die hatten ganz schön was zu essen dabei, ne? Ihr habt, also ich habe jetzt auch, ich habe Dosen für sich, wer braucht jetzt was zu essen? Ich brauche dringend was zu essen. Dann, äh, irgendjemand hat noch eine andere Dose da gerade sich genommen. Ne, ich habe eine Dosen Sardine hier. Okay. Wer will... Biss mal, Daniel. Oh. Hast du was zum Aufmachen, Daniel? Ein Messer oder so? Lege ich einfach auf den Boden, ich habe ein Messer. So, dann lege ich es jetzt hier auf den Boden. Das sind die Dosenfürsiche. Ich muss jetzt was essen, weil sonst geht mein Leben nicht wieder hoch. Also ich habe zwar auch Hunger, aber ich überlasse es euch erstmal noch. Das ist echt, also dieses Messer ist so viel besser als diese Bratpfanne. Ist wohl doch eher eine Novelty-Waffe. Das ist halt der Style, das Wichtige. Ich würde jetzt von wegen Waffen gehen nicht kaputt, ne? Also meine Axt ist jetzt schon, äh, beschädigt. Die sieht jetzt auch schon anders aus. Wie cool auch der Regen vor heute so ein Knicklicht aussieht. Das ist echt... Zombie. Der Regen sieht ja auch oft echt scheiße aus in den Spielen. Hör auf, Zombie-Frau bei euch da. Schau mal GTA Definitive Edition. Das ist auch so krass, dass das so ein großer Erfolg war, das Ding. Ja, aber die Leute, es ist doch, es ist doch für den Leuten nicht wichtig, wie was ist. Was war ein großer Erfolg? Für den Leuten ist wichtig, wie was heißt. Diese kaputte GTA Definitive Edition. Das ist halt ein dicker Name dran. So. Gehen wir mal weiter, bevor wir hier oben kamen. Hier sind ganz schön viele Zumbies. Hier ist eine, äh, Scheiße. Scheiße, ich habe, ich habe Blut verloren. Hat noch jemand eine Kopflampe? Mag jemand eine Kopflampe? Äh, ja, hätte ich gerne. Allein für die Lichteffekte. Sag mal, diese Leuchtstäbe halten ewig, oder? Kann das sein? Schon lang, ja. Weil da gibt es gar keine Anzeige für. Ja, ich kann sein, dass es schon... Nee, doch, die haben eine Anzeige unten. Das ist so ein weißer Strich drunter, aber der... Denkt dran, eure Flaschen nachzufüllen. Ich habe die gar nicht angepasst. Ach, da ist der Strich. Äh, übrig 0%. Wie kann denn das sein? Ich dachte, die doch... Ich, äh, mir wird schwarz vor Augen. Scheiße, ich habe kein Blut mehr. Ich habe kein Blut mehr. Ich bin, ich habe es nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe heute eine Dingswunde. Äh, bist du langsam ausgelaufen, weil... Ja. ... ein kleiner Riss am Zeh. Aber ich habe auch nichts mehr... Ich habe nichts zum Verbinden. Hat jemand noch Verbandzeug? Nee. Tape. Klebe Band. Eine Rohrzange habe ich. Kannst du vielleicht so zubauen. Aber nicht vergessen, äh... Gleich nach... Wie war das? Gleich nach dicht ist ab. Zölligen Schiebe. Den legst du mir auf Lage. Ich sehe echt nur noch schwarz-weiß. Scheiße. Ja, dann musst du was essen und was trinken. Können. Nee, dann stirbst du wenigstens mit warmem Kopf. Ja, aber ich brauche ja was zum Verbinden. Und das Blöde ist, dass selbst meine Klamotten, wenn ich die jetzt zerschneide, die sind ja nass. Da komme ich ja nicht weit. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie was finde, was ich zu einer... Ob ich Klamotten finde, die ich zu einer Bandage auseinanderreißen kann. Es gibt doch immer so viele Sachen, die irgendwo rumliegen. Geben Sie mir ein paar Sachen. Hier, Anzugjacke für Frauen. Die kannst du zerschneiden. Hast du ein Messer? Ja. Also hier ist noch mal eine. Da kann man aus Stofffetzen verwandt herstellen. Und das war's, glaube ich. Wenn das schwarz ist, ist nur du, ist los. Ach so. Werde ich da noch mal wach von? Ja. Ja, das dauert so 30 Sekunden oder so. Ich kann mich reanimieren. Kannst du? Ich glaube, in den Medizinpacks war auf jeden Fall irgendwas drin, womit man einen wieder hochpushen kann. Ich kann dir auch zumindest Vitamin-Tabletten geben. Ich weiß, was ich verbringend. Ich versuche mal, ob ich... Ist ein Zombie irgendwo. Ob ich mich hier noch heilen kann. Beziehungsweise Stopp... Ah, scheiße, bin schon wieder bewusstlos geworden. Kriegst du ihn kaputt, Daniel? Okay. Könnt ihr vielleicht euch meine Sichel und die Jacke da nehmen und mir Stofffetzen machen und mich verbinden? Ich habe hier Stofffetzen. Warte mal. Weiß ich nicht, bist du jetzt tot? Ja, jetzt bin ich tot. Scheiße. Aber guck mal. Dr. Obermeier hält den O.P. Aber guck mal, was für ein Timing. Punkt 23 Uhr sterbe ich. Das ist ja eine Verweigerung. Was hast denn du für Loot, Michi, eigentlich? Dann musst du jetzt noch ein bisschen warten, bis Michi abkratzt. What? Was denn? Was denn? Was denn, was ist passiert? Daniel hat mich erschossen. So. What? Ach du Scheiße. Was denn? Einer? Alter. Oh, das ist ja heavy. Das war wirklich jetzt wie dieses Meme, it was all along mit dem, was, mit dem Astronauten auf dem Mond. Ich seh jetzt erst, dass wir die ganze Zeit Martin gar nicht mehr sehen, sondern er nur noch sein schwarzes Bild sendet. Von so einem Spielbild. Damit ich ein bisschen sehe, was bei mir so los ist. Ja, liebe Freunde. Entschuldigung, aber für die Pointe, das wusste ich jetzt nicht. Das war's wert. Das war's für heute. Moment, ich muss doch noch fertig looten. Da sieht eh keiner mehr. Das Spiel ist vorbei. Du hast die Kamera erschossen. Du hast mein Banjo erschossen. Ja. Ach so, so. Ach so, so. Das war's. Unser kleiner Revival-Stream. Zehn Jahre GameTube. Zehn Jahre später wieder in DayZ reinschnuppern. Vielen, vielen, vielen Dank an AimGods und seine Crew, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Nicht nur vorab mit Tipps, sondern auch natürlich hier uns aufgepäppelt haben und aus unmöglichen Situationen, dass wir die hier überhaupt zusammengefunden haben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. dafür. Dankeschön euch fürs Zuschauen und ja, wenn ihr auch irgendwo einen Server mal spielen wollt. Ja, sag mal, Martin. Ja, es ist ja der GameTube-Server. Da gibt's auf unserem Discord auf jeden Fall eine Community von Leuten, die da spielen und wo ihr dann auch Zugang bekommen könnt. Und dann gerade mal zum Kennenlernen, das ist, glaube ich, ganz nett, ob ihr dann auf dem Server bleiben wollt oder woanders spielen wollt, ist ja euch überlassen. Aber wenn man halt Twitch-Sub ist oder Patreon bei uns, kann man da ja auf dem Discord sein. Da finden ja auch andere Sachen statt, eben solche Delizy-Server, es gibt andere Spiele, es gibt regelmäßig freitags auch einen Spieleabend, wo Leute sich vom Discord regelmäßig verabreden. Einmal so Casual-Spiele, so ganz klassische Spiele, so Uno und andere so Karten und kleine Gesellschaftsspiele, aber auch andere Games, wenn es aktuellere sind, Multiplayer-Sachen, da verabreden sich die Leute regelmäßig. Also wenn ihr auf sowas Lust habt, auf unserem Discord-Server findet ihr da regelmäßig eine Community und andere Leute, mit denen ihr da zusammen spielen könnt. Richtig. Deswegen greift die Leute, wir haben es ja gesehen, heute auch ein paar neue, die Twitch-Subs geworden sind. Wenn ihr euren Twitch-Account und euren Discord-Account verknüpft, dann bekommt ihr automatisch Zugang. Falls nicht, könnt ihr euch mit den Mods melden, aber eigentlich geht das alles ganz gut automatisch. Oder wie gesagt, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt und das verknüpft, dann kommt ihr ebenfalls auf den Discord-Server. Genau. Danke nochmal euch fürs Zuschauen. Sollen wir schon teasen, was wir nächste Woche machen? Oder wollt ihr es noch nicht verraten? Oder seid ihr euch noch gar nicht sicher? Ich will nichts verraten, was da gar nicht stimmt. Lass euch überraschen. Okay, dann lasst euch überraschen. Wir machen jedenfalls den ganzen Monat über noch quasi eine GameTube, wird zehn Jahre Jubiläums-Stream-O-Get-On. Es wird am 26. außerdem noch einen extra langen Stream am Samstag geben, um quasi unser großes zehn Jahre Jubiläum gebührend zu feiern. Jetzt ist Fritz auch weg. Da gehen überall die Lichter aus. Er ist bewusstlos geworden. Kommt gut in die weitere Woche rein. Da ist er wieder. Entschuldigung. Die falsche Tasse gedrückt jetzt. Das war sowieso ein langweiliges Gespräch. Ich dachte, jetzt brauche ich ja nicht den zweimal hier offen haben, das Bild unterbrechen. Ich habe losgemacht. Gut. Wunderbar.